BadCast Ausgabe 53 und damit die erste Ausgabe im Jahr 2018 und für uns eine ganz besondere Ausgabe. Eine ganz besondere Episode, mit der wir schon recht lang gedanklich gespielt haben. Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder den Retro-Cast genannt, was nicht so ganz richtig ist, denn eigentlich ist es ein Nostalgie-Podcast, in dem wir uns in schönen Erinnerungen an längst vergangene Batman-Zeiten suhlen wollen. Inspiriert von dem wirklich sehr empfehlenswerten Podcast Young in the 80s, der ein oder andere kennt ihn vielleicht von euch, in dem sprechen Christian und Peter Schmidt über ihre Kindheit in den 80er Jahren, tauschen sich aus und versuchen dann ihre Erinnerungen historisch einzuordnen. Und der Podcast hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich habe mir gedacht, das kriegen wir doch für Batman auch hin. Wir können doch das übertragen und gleichzeitig hinterleuchten, wie es Batman überhaupt nach Deutschland geschafft hat. Denn ehrlich gesagt war es hierzulande gar nicht mal so selbstverständlich wie heute, dass fast jeder die Figur kennt oder dass sie einem in den Supermärkten begegnet und so präsent ist wie heute. Im Gegenteil, es hat sogar mehrere Jahrzehnte gebraucht, bis Batman auch nur annähernd in die deutsche Popkultur eingezogen ist, wenn er das denn überhaupt geschafft hat. Diese Zeitreise drehte ich auch nicht alleine an, sondern ich habe zwei mir sehr vertraute Stimmen an die Seite gestellt, und zwar einmal den Gerd. Schönen guten Abend, Bernd. Und den Henning. Servus. Jo, das klingt alles sehr fit. Also ich muss mal auch sagen, wir sind nicht mehr ganz die Jüngsten. Der Henning ist so um die Mitte 30. Ich kratze so langsam, aber deutlich an der 40, auch wenn ich es nicht wahrhaben will. Und der Gerd legt da auch noch mal ein Jahrzehnt drauf. Und das macht es eigentlich ganz spannend, denn somit sind Henning und ich so die Kinder der 80er Jahre. Also wir haben eigentlich die Anfangsjahre der aktuellen Batman-Ära mitgemacht. Den Startschuss dessen, was heute noch viel größer wurde. Und Gerd wiederum, der hat eine ganz andere Generation an Comic- und Batman-Fans miterlebt, die allerdings auch für den Anfang einer bestimmten Ära standen. Also das wird was ganz Cooles hier, hoffe ich doch. Und auch was sehr Persönliches. Und um das Ganze genauer betrachten zu können, müssen wir allerdings noch einen Schritt zurück machen. Und zwar beginnen wir unsere Reise erstmal in ein Jahrzehnt, was wir Gott sei Dank alle nicht miterlebt haben. Und zwar die 40er Jahre in Deutschland. Denn als Batman 1939 in den USA erstmals erschien, begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Und da sollte man sich jetzt erstmal so grundsätzlich die Frage stellen, das Medium-Comic in Deutschland in den 40er Jahren, was gab es da überhaupt? Was relativ gesichert ist, es gab noch eine Zeit lang Mickey Mouse, tatsächlich. Die wurde also noch Jahre in Deutschland veröffentlicht. Es gab auch eigene Sachen, wobei die jetzt nicht bekannt sind. Also es gab Propaganda-Comics der Nazis, insbesondere für die HJ, wo halt deutsche Ertüchtigung betrieben worden ist. Und das war es eigentlich auch. Man hat also eigentlich, haben die Nazis seit 1933 erfolgreich geschafft, auch dieses Medium, wie so viele andere Medien, zu unterdrücken. Weitgehend, wie er sagt, im Falle von Mickey Mouse, war die Figur einfach zu bekannt, als dass sie das hätten noch machen können, während es mit anderen Sachen also kein Problem gewesen ist. Weil sie nicht deutschem Kulturgut entsprachen, wie es so schön hieß, und keine deutschen Werte verkörperten. Und wie sagt das Kipp, hat die berühmte Goebbels-Aussage, Superman ist Jude, was gemünzt war auf halt Jerry Siegel und Joe Schuster. Beides halt zwei jüdische New Yorker Jungs, die die Figur erfunden haben. Und damit war eine Veröffentlichung des Übermenschen, den die Nazis ja propagierten, in Deutschland außen vor. Und gleichzeitig wurde ja auch Superman in den USA benutzt, um eben Propaganda... Wie alle Comic-Helden. Also man muss auch, zurück als Info, wir hatten 1939 den ersten Batman-Comic, wir hatten 1940 schon das erste Batman-Serial, und er kämpft doch gegen Nazis, beziehungsweise gegen Japaner, die ja die Verbündeten der Nazis waren. Also es waren ganz klar Propaganda-Instrumente, auch in Amerika, wurden dazu auch eingesetzt. Als dann der Zweite Weltkrieg dann vorbei war, wie stand es denn da eigentlich dann um, sagen wir mal, so etwas wie die Comics? Ich meine, hoch angesehen waren sie ja nicht wirklich. Ich glaube, das war eher entweder infantiles Lesematerial oder halt eben Schund. Und so kann man das sagen. Also es ist einfach, es hatte den schlechten Ruf. Es gibt auch noch die berühmten Jugendschutzbedenken. Also ich habe Artikel gelesen von 51 von einem deutschen Psychologen, wo er sich darüber auslässt, dass also Comics unsere Kinder und Jugend moralisch entwerten würden. Das gab es ja auch in Amerika. Ich sage doch nur, Frederik Wertheim, der dagegen die Comics wetterte. Wertheim hat doch in dem Buch, das ist Seduction of the Innocent, oder? Genau, Seduction of the Innocent. Ja genau, Verführung der Unschuldigen. Da ist es doch auch das Buch, wo das erste Mal so diese Beziehung von Batman und Robin quasi so, mit homosexuellen Tendenzen dann irgendwie verknüpft worden ist. Also da war ja auch, er hat auch irgendwie in dem Buch dargestellt, dass da so Hinweise darauf gibt, dass die beiden so ein Verhältnis miteinander haben und dass das alles irgendwie total verwerflich sei. Es gibt da ein Comic-Panel, wo Bruce Wayne Dick Grayson die Hand aufs Knie legt. Das ist ja wohl am Abschluss einer Geschichte aus den 50er Jahren. Und ich weiß, den genauen Kontext nicht mehr. Auf jeden Fall erklärt Bruce die Moral der Geschichte, aber das darf man auch nicht vergessen, die Comics in den 50er Jahren, 40er Jahren in Amerika hatten am Ende auch immer eine Moral. Und dann Bruce Wayne nochmal Dick Grayson darüber aufklärt, über diese Moral und der ihnen dann quasi anhimmelt zustimmt. Und das hat Wertheim dazu benutzt, da also homosexuelle Tendenzen rein zu interpretieren. Davon haben wir ja hier in Deutschland recht wenig mitbekommen, denn ab den 40ern gab es ja eigentlich nur eine überschaubare Zahl an Helden. Und Helden eigentlich noch in einem sehr klassischen Sinne. Sehr klassisch. Also ich sage mal, wir müssen jetzt eigentlich springen bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie gesagt, Mickey Mouse hatte bis zum Schluss Bestand. Das war halt einfach, damals war Disney schon übermächtig. Ja, es ist einfach so. Das ist die einzige Comicfigur, die das überlebt hat. Und dann Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er, ging es halt los in Deutschland. Es gab wieder eine eigene Comickultur. Aber man hat dann hier in Deutschland erst mal so auf klassische Abenteuergeschichten gesetzt. Und es gab halt einen berühmten deutschen Comicschaffen, der ist in den 80er Jahren dann berühmt geworden. Das ist halt Hans-Rudi Wäscher. Der fing an mit den Siegurt-Comics Ende der 40er Jahre zu sein. Das war halt Ritter Siegurt. Dann gab es noch Falk, Tibor, Nick. Also der bediente eigentlich alles. Und der zeichnete mit schöner Regelmäßigkeit. Die Hefte nannten sich Piccolo-Hefte. Die kosteten 20 Pfennig. Das war so ungefähr ein Drittel von der normalen Comic-Seite. So mit 20 Seiten. Immer so drei Panels auf einer Seite, wo der seine Abenteuer miterzählte. Das waren die Comics, die in Deutschland dann ankamen. Dann kam halt Rolf Kauker mit Fix und Foxy. Der kam auch ziemlich schnell als direkte Konkurrenz und auch erfolgreiche Konkurrenz zu Disney's Mickey Mouse, die einzigen es geschafft haben. Henning, wer sagt dir denn hier von, sei es jetzt Sigurd, Falk, Nick, Tibor, dann gab es noch Arkim, Nick Knatterton. Welcher Name sagt dir da noch was? Also Nick Knatterton kenne ich auf jeden Fall noch. Und Sigurd habe ich gerade tatsächlich kein Comic vor. Also ich könnte da jetzt nicht sagen, was da geht, aber ich habe auf jeden Fall diesen Schriftzug vor Augen. Ja, weißt du warum? Von den Comics. Ich sage es dir warum. Zumindest bin ich mir sicher, warum. Hedke hat ja damals die Batman-Comics rausgebracht, so im DIN A4-Format 89. Und auf der Rückseite von fast jeder Ausgabe war eben Sigurd drauf. Ja gut, ich muss dazu noch einwerfen, dass mein Vater, der dürfte noch ein bisschen älter sein als Gerd, der ist ja aber... Ja, vielleicht zehn Jahre, Gerd. Aber der ist ja auch tatsächlich, seit der Jugendliche war, Comicsammler gewesen. Und der hat halt relativ viel, der hat halt so französische und belgische Comics viel gehabt. Und ich glaube, der hat Sigurd auf jeden Fall selber auch gehabt, weil der nämlich ein riesengroßer Prinz-Eisenherz-Fan war. Und Sigurd ist ja, glaube ich, auch das in Dritter-Geschichten. Ja, ja, das ist ein Plagiat von Prinz-Eisenherz. Das muss man dazu sagen. Also ein paar von diesen Sigurd-Geschichten habe ich als Kind auf jeden Fall mal gelesen. Aber ich bin... Also Prinz-Eisenherz ist mir auf jeden Fall noch präsenter geblieben als Sigurd. War auf jeden Fall beides nicht so meins. Also mir war es immer ein bisschen zu altbacken. Auch die Sigurd-Geschichte wäre nicht meins gewesen. Zumindest in den 80er, 90er Jahren dann letztendlich. 1950 oder beziehungsweise in den 50er Jahren hat man es dann doch mal eben probiert, Superman beziehungsweise Superman auf Superman Deutschland loszulassen. Und man war gleich so begeistert, dass man gleich den Verlag auch danach benannt wird. Und zwar war es dann der Superman-Verlag. Und drei Ausgaben lang durfte man dann eben... Wer war es? Klaus Kent? Klaus Kent, ja. Und den verfolgen wir zusammen mit, ich glaube... Luise Lang. Luise Lang. Und Peter Weiß. Oh Gott, das klingt wie ein schlechter Scherz. Aber ja, tatsächlich. Man hat den Lesern damals nichts zugetraut. Und ich glaube, der Daily Planet hieß dann auch noch hier die Tagesweltpresse. Da kommen wir ja später nochmal zu, weil das ist ja tatsächlich auch lange so noch gewesen. Diese Eindeutschung, das hat ja sich sehr lange noch hingezogen. Tatsächlich. Ich glaube, es gab mal irgendwie noch so Spielereien mit Karl Kent. Das war der zweite Versuch. Der zweite Versuch. Ja, ja. Karl Kent. Ja, mehr als diese drei Ausgaben gab es dann auch nicht. Die waren, glaube ich, auch komplett schwarz-weiß. Ja. 53 hat man es dann nochmal mit Superman probiert. Das war dann Karl Kent, ganz genau. Das war Karl Kent. Das war der Karl Kent, alles klar. Der kam ja dann hier in dieser Heftchen-Serie Buntes Allerlei dann eben vor. Buntes Allerlei ist von Rolf Kauker übrigens. Also der Verlag, also der Fix und Foxy. Da haben Fix und Foxy ihren Erstauftritt gehabt. Daraus hat sich dann die Heftreihe Fix und Foxy entwickelt. Aber aus Buntes Allerlei sind auch sehr viele bekannte Comic-Fürgerinnen wie Asterix, Tim und Struppe und so weiter Deutschland zum ersten Mal bekannt geworden. Ah, okay. Lucky Luke wahrscheinlich auch, ne? Lucky Luke auch, ja, ja. Ja, okay. Weil die gab es ja schon, glaube ich, ne? Ab Ende der, die müssten irgendwann in den 40ern. Ja, ja. Ende der 40er oder so, kamen die auf den Markt, glaube ich, ne? Ich glaube, Asterix ist Mitte der 50er und Lucky Luke Ende der 50er in den ersten Auftritten. Wie gesagt, und Buntes Allerlei gibt es bis weit in den 60er Jahren. Also ich kann mich noch daran erinnern, im Gegensatz zu heute war es früher halt üblich, dass man die Kioske, weil es ja weitaus weniger Print-Erzeugnisse gab, wurden die Remittenden nicht zurückgeschickt, sondern man hatte oft immer so eine Grabbelecke in einem Kiosk gehabt, wo alte Ausgaben drin zu finden waren. Und ich habe mir da noch Buntes Allerleihefte gekauft, wo ich also diese Sachen halt drum gelesen habe. Die erschienen zwar nicht mehr, aber die wurden dann für 10 oder 20 Pfennig verkauft. Das ist heute unmöglich. Wenn heute ja Nummer zwei erscheint, wird die Nummer eins sofort zurückgeschickt am Verlag. Also man hat dann immer ein Problem. Und damals war das halt einfach üblich, dass man die Hefte irgendwo stapelte und wer sich noch Interesse hatte, konnte sie sich dann auch raus und hat sie dann meistens billig gekauft. Also Asterix stammt von 59 und Lucky Luke seit tatsächlich 46. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Lucky Luke älter ist als Asterix. Interessant. Naja gut, Buntes Allerlei, Superman seinen ersten Auftritt und auch da hieß ja die Heftreihe auch noch Superman. Und auch da geschah dann das, was auch dann später als öfter passieren sollte. Und zwar Batman hat seinen ersten Auftritt in einem Superman-Heft. Und zwar geschah das dann 54. Eine Ausgabe lang war dann eben Superman, Batman und Robin in einer Ausgabe lang eben zu sehen. 50 Pfennig hat das damals gekostet. Das sensationelle Preis hätte heute einen Wert von 2300 Euro. Also wer das zu Hause liegen hat, darf das dann gerne zu Baris Ferraris bringen. Allerdings gab es von diesem Heft dann auch Nachdrucke von 1992. Die kriegt man heutzutage noch für 25 Euro. Kann man ein bisschen was sparen, wenn es einem dran liegt, eben diese Ausgabe mal nachzuholen. Ich weiß nicht, hat die jemand von euch gelesen oder sogar zu Hause? Nee, nee, nee. Bei mir ist das auch so, also ich muss das ja zu meiner Schande gestehen, aber ich hatte zwar gesammelt, zumindest eh aber, aber in den 80ern ist das ganze Zeug halt einfach verschwunden, weil, ja, das hat einen nur belastet, sag ich mal. Man hatte dieses ganze Papier, man hatte Eltern, die dann sagten, wenn man umgezogen ist, dann würde sich die ganzen Papierkrempel mitbringen. Was ist damit geschehen? Das ist im Altpapier gelandet. Ärgere ich mich natürlich heute drüber. Ist einfach so. Verschwunden ist das richtige Stichwort, weil tatsächlich nach dieser einen Ausgabe ist Batman dann auch erst mal wieder verschwunden. Irgendwie wollte er da keinen Fuß fassen. Und es hat dann bis in die 60er Jahre dann eben gedauert, bis man von Batman ein bisschen mehr zu sehen bekam und das dann gleich auf der großen Leinwand, weil am 10. Februar 67, 67, kam dann eben Batman hält die Welt in Atem in die deutschen Kinos. Ja, und das war dann auch lange Zeit erst mal wieder das Einzige. Was war von ihm? Also es ist einfach so, 67 war ich natürlich noch zu jung. Ja, wir auch. Wir auch. Ihr wart ja noch nicht mal auf dieser Welt. Aber was interessant ist, das ist zumindest für mich, ist es der erste Batman, den ich bewusst in Erinnerung habe. Ich habe das ja auch schon mal in meinem Nachhof für LM West geschrieben, wo das herrührt. Und zwar rührt das einfach dahin. Einmal, in den 70er Jahren war Film-Merchandising ja noch keine große Sache. Das gab es eigentlich gar nicht. Aber es gab halt von Corgi das Batmobil und den Batcopter aus Batman hält die Welt in Atem. Das konnten wir halt immer kaufen im Kaufhof Woolworth. Da war halt ein Foto von Adam West drauf. Und später, wie Erpa mit Superman und Batman anfing, hatten sie halt eine Leserbriefseite, wo schon mal immer wieder Bildchen aus diesem Film zu sehen waren. Daher wusste ich, dass es einen Batman-Film gab, lange vor einem Superman-Film. Aber deswegen haben, glaube ich, die meisten tatsächlich meiner Generation immer Adam West irgendwie im Hinterkopf als den ersten Batman, den sie wirklich bewusst wahrgenommen haben. Wahrscheinlich aufgrund dieses Spielzeuges, was auf dem Markt war. Weil das Ding war omnipräsent. Das konntest du überall kaufen. Und das einzig andere Film-Merchandising zu dem Zeitpunkt war der Aston Martin DB5 von James Bond Goldfinger. Der konnte sogar Raketen verschießen. Den habe ich bestimmt auch damals mir gekauft. Ob der Film ein großer Hit war, weiß ich gar nicht. Also da konnte ich keine Zahlen zu finden. Der erfolgreichste Film in dem Jahr war tatsächlich ein James-Bond-Film mit 9 Millionen Zuschauern. Das kriegt man heute nicht mehr hin. Und das andere waren irgendwelche deutschen, glaube ich, so irgendwelche so schlüpfrige Filme. Ja. Aufklärungsfilme, Helga. Absolut, Helga war es. Helga war es. Richtig. Ja, ja. Den hat Gerd noch präsent. Helga, du musst es mal so vorstellen. Das war wie... Ich will mir Helga gar nicht weiter vorstellen. Aber schon irgendwie komisch. Also da kommt ein Film wie Batman hält die Welt in Atem nach Deutschland. Und eigentlich kennt niemand diese Figur. Ich glaube, das ist so ein Gefühl. Das können zumindest alle nachvollziehen, die damals eben auch Batman hält die Welt im Atem das erste Mal im ZDF damals gesehen haben. Weil es war einfach nur ein Superheld. Also da... Eine Figur, die nicht wie in den USA eben schon ihre Comic-Ursprünge hatte, die schon eine Serie hinter sich hatte. Weil das muss man auch dazu sagen, die Serie gab es einfach nicht in Deutschland. Die hat man damals nicht gesehen. Da musste man bis in die 80er Jahre warten, bis sie überhaupt mal synchronisiert und ausgestrahlt wurde. Und das auch nur wegen Tim Burtons Batman-Film. Ja, aber das Problem liegt doch einfach daran, weil man halt diesen ganzen kulturellen Hintergrund nicht hatte. Und auch diese Serie, die konnten wir ja gar nicht in Deutschland bringen, weil diese Verarschung der Popkultur in Deutschland ja gar nicht so stattgefunden hat. Also das heißt, damit hätte ja auch nie jemand was anfangen können. Ich glaube auch nicht, dass der Film ein großer Erfolg war damals, weil das war ja letztendlich eine Komödie. So, aber die Hälfte der Gags hat kein Mensch verstanden, weil die ja gar nicht wüssten, worum es ging. Das war also, ich wundere mich bis heute, warum der Film tatsächlich ins Kino geschafft hat. Also da frage ich mich ganz ernsthaft, wer ist auf die Idee gekommen, den Film ins Kino zu bringen? Weil, wie gesagt, die Zuschauer hatten null Bezug, nicht nur zu der Figur, sondern auch spezifisch auf dem, was diese Serie ausgemacht hat, diese Veralberung der Popkultur. Das, was diese Serie ausgemacht hat, das kannten die doch alle gar nicht. Das hat man versucht, mit einer Werbekampagne dann eben hinzubiegen. Ich habe hier ein Plakat gefunden, auf dem stehen so Wahnsinnssachen wie Irre Flugzeuge, rasante Autos und das Superhirn von Batman im gnadenlosen Kampf gegen die Unterwelt. Batman hält die Welt im Atem. Bist du sicher, dass das aus der Zeit ist oder ob das vom Re-Release nach Superman der Film sind? Da gab es diese Werbekampagne tatsächlich, weil da wurde er ja nochmal ins Kino gebracht. Tatsächlich fällt mir auf, dass es auch ein Plakat gibt, auf dem draufsteht, dieser Batman ist super. Ja. So in Anlehnung eben an Superhelden, an Superman. Das kann durchaus sein, wobei dieses eine Plakat tatsächlich aussieht, als wäre es aus den 60er Jahren. Aber gut, da sind die 70er natürlich nicht weit entfernt. Und hier fand ich eigentlich auch ganz cool, aber ich glaube, das ist im Zuge der Videoveröffnung gewesen, der Film für Leute, die Spaß verstehen. Batman. Das Anti-Haifisch-Bet-Spray. Dazu sollten wir ja auch mal einen Podcast machen. Da kannst du einen eigenen Podcast so machen. Das ist ein Highlight hier. Ist interessant. Selbst wenn die Leute die Figur gar nicht so gut kennen, aber das Anti-Haifisch-Bet-Spray, das kennen viele Leute. Das ist irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Aber ganz ehrlich, wann habt ihr den das letzte Mal versucht anzugucken? Das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Echt? Okay. Ich habe meinen letzten Versuch, muss ich ehrlich gestehen, muss ich abbrechen. Ich habe es nicht geschafft, den ein Stück anzugucken. Das ist schon, da muss schon hart am Nehmen sein auf jeden Fall. Das ist hart an der Grenze, das muss man wirklich sagen. Das ist hart an der Grenze. Wie sah denn da bis dahin dann der Comic-Markt aus? Wir haben schon drüber gesprochen. Das waren ja dann eher so die elitäreren Comics. Also etwas, was nicht wie Schund daherkam. Oder zumindest in sowas wie Asterix und Lucky Luke und Tim und Struppi. ja dann doch eher so das typische, ich sag mal, die Wahl der Deutschen war. Ja, franco-belgische Comics galten halt als intellektuell. Also die... Die Fürthor, die Fürthor-Comics. Genau, genau. Die galten halt als intellektuell. Und es war halt der Karlsson-Verlag, der halt anfing damit, Herr G., Tim und Struppi, die auch vorher schon mal im Bunten allerlei zu sehen waren, aber halt auch nur gekürzt und ausschnitthaft, in der damals, kann man nicht anders sagen, hochwertigen Aufmachung in Deutschland auf den Markt zu bringen. Und das war dann auch interessant. Die Karlsson-Comics wurden halt nicht in Kiosk verkauft, sondern im Buchhandel. Die waren also im Buchhandel zu finden und die waren auch damals schon dementsprechend teuer, weil ich glaube, da kostete Tim und Struppi Band, kostete 7 D-Mark 80. Und das war in den 70er-Jahren Wahnsinn. Das war also... Da musst du mir drauf sparen halt, um sich so zu kommen zu lassen. Und die Zweiten, die halt das vernünftig aufgezogen haben, das war halt E-Happer, indem sie halt mit Asterix anfingen, das auch in diesen vernünftigen Editionen rauszubringen. Dazu kam, dass halt die 68er-Generation, Asterix so als ihr politisches Statement-Comic angenommen hat, weil die Asterix-Comics waren ja nun mal auch immer politisch zu interpretieren. Und das Dritte, was er da vernünftig gemacht hat, was der genialste Schachzug war, sie haben diese Comics in Latein veröffentlicht. Ja, und damit waren plötzlich Comics an den Gymnasien, wo man Latein lernte, im Schulunterricht zugelassen. Das waren die ersten, die das gemacht haben. Und damit hatten die so diesen intellektuellen Anspruch erfüllt. Und das war halt keine Schundliteratur mehr. Und bei Hergé gab es dann noch damals Kritiken. Das war einmal sein Zeichenstil, diese sogenannte Lean Claire, also diese klare Linie. Auf der einen Seite waren seine Figuren halt sehr karikaturenhaft gezeichnet, aber sämtliche Hintergründe strotzen geradezu vor Realismus. Und das hat man dann hoch bewundert. Also der wurde also quasi zum ersten Künstler in Deutschland verklärt. Wenn man sich dann mit ihm geschichtlich beschäftigt, hat er nichts anderes gemacht, als Will Eisners Zeichenstil aus den USA zu kopieren. Das muss man auch mal ganz einfach sagen. Will Eisner ist für Hergé eine der größten Inspirationsquellen gewesen, weil der es ähnlich gemacht hat in den 40er Jahren in den USA. Aber das war dann so der deutsche Comicbank. Das war interessant. Es gab halt die Schundhefte im Kiosk. Es gab halt Carlsen und die Hapa Comics im Buchhandel. Kennt ihr auch irgendjemand in eurem Bekanntenkreis gerne auch mal älteren Datums, der dann immer aus den Asterix Comics zitiert hat? Ja. Köstlich. Köstlich. Dann kommen wir mal jetzt wieder zu unserem Schund. Genau. Und zwar 1966 hat ja tatsächlich Marvel schon so einen kleinen Vorsprung gehabt. Der Bildschriftenverlag. Genau. BSV hat man das dann gerne genannt. Der hat ja dann so eine ganze Reihe an Marvel-Helden ja dann rausgebracht. Auch, muss ich sagen, mit sehr witzigen Titeln. Also mit einer sehr witzigen deutschen Übersetzung. Wobei da das erste Mal natürlich der Name Recherfeld, der mächtige Thor. Aber dann beim Hulk. Also Hulk mit A. Die X-Männer. Warum? Das muss mir jetzt tatsächlich auch mal einer, da muss mir einer mal den Sinn voll erklären. Was hat das für einen Sinn? Hulk mit A. Ich glaube, das lag doch nur daran, dass man das aussprechen konnte, oder? Man hatte damals in Deutschland, gab es Bedenken über Anglizismen. Man hat sich darüber aufgeregt, dass die deutsche Jugend immer mehr englische Wörter in ihren Sprachgebrauch übernommen hatte. Und natürlich Hulk, in Amerika wurde Hulk geschrieben, aber Hulk gesprochen. Es war ein Anglizismus. Also das hat man in Deutschland gemacht. Man hat den Anglizismus entfernt, indem man A eingesetzt hat. Ja gut, wir können ja froh sein, dass wir das nicht übersetzt haben. Also ich meine, ich war froh, der hätte sich dann, keine Ahnung, der klotzt. Ich meine, dann ist das mit dem A ja fast noch, das ist fast noch die clevere Lösung. Ich kann mich auch noch an viele Leute erinnern, die aber in den, ich glaube in den 80er Jahren auch zum Hulk tatsächlich Hulk gesagt haben. Ich werde auch meine Oma nicht vergessen. Meine Oma hat doch immer konsequent Batman gesagt. Konsequent, immer. Also das war schon so eine Zeit, wo die mit englischen Begriffen war schon schwierig auf jeden Fall. Gut, Iron Man wurde dann zu der Eiserne. Ja. Und witzigerweise gab es dann doch ein paar DC-Figuren, die dann auch beim BSV erschienen sind. So Wassermann, ne, kennen wir? Wer könnte das wohl sein? Okay. Oder der ominöse Blitzmann. Ja. Aber jetzt kommt mein Liebling, jetzt kommt mein Liebling. Hau raus, Bernd, hau raus. Grüne Laterne. Den finde ich so geil, ey. Ich dachte, es stand sogar am Titel noch, die grüne Laterne, oder soll ich sagen? Den finde ich richtig geil. Grüne Laterne. Ich glaube, das wird dann später getoppt durch die grüne Leuchte. Ja. Grüne Leuchte ist auch was, ich finde grüne Laterne, finde ich super. Grüner Pfeil, war ja auch hier eine Zeit lang. Aber irgendwie finde ich das nicht so schlimm. Ich weiß nicht warum, grüner Pfeil finde ich okay, aber grüne Laterne, das klingt halt irgendwie, das klingt halt total bescheuert. Also ich weiß auch nicht, obwohl es die wörtliche Übersetzung ist, aber ich finde es trotzdem bescheuert. Und das war meine erste Begegnung mit Superhelden-Comics, tatsächlich. Irgendwie 71 oder so in einem Kiosk entdeckt. Die Spinne, ja genau, die Spinne, also Spider-Man war ja die Spinne. Und der Dämon, das war der Devil. Aber die Spinne war, aber die Spinne, jetzt mal ganz kurz, das war aber relativ lange so, oder? Wer hat die dann hinterher gehabt? Condor war doch auch noch die Spinne und so, das war doch viel später. Also ich habe super viele Comics gerade vor Augen, wo es noch die Spinne war. Das war sehr kompliziert, glaube ich, auf dem Cover stand groß die Spinne. Ja. Und dann stand darunter genannt auch Spider-Man. Das war aber Condor, das war aber Condor. Das war Condor, genau. Ja, ja, genau, ja, genau. Ich glaube, da haben die den Übergang gewagt auf den amerikanischen Namen. Die haben später Condor dann auch Spider-Man draufgedruckt, aber die haben angefangen mit die Spinne, genannt auch Spider-Man, und das dann irgendwann umzumodeln, weil die natürlich wussten, wie dämlich das ist, ja. Also das ist schon, das hat lange gedauert, bis man auch sich getraut hat, diese Namen auszusprechen oder nicht einzudeutschen und einfach daran festzuhalten. Wahnsinn. Na gut, also da war Marvel ein bisschen früher dran, aber dann kam eben der große Aufschlag 1967, eh Hapa. Und da kann man jetzt auch sagen, okay, jetzt kam auch Batman endlich in Deutschland an. Und auch wenn die erste Ausgabe noch komplett mit Superman gefüllt war, so war Batman schon ab der zweiten Ausgabe 67 mit dabei und dann ab der dritten Ausgabe dann dieses berühmte Cover, wo dann eben Superman und Batman zu lesen war. Also, und so wurde das dann auf den deutschen Markt geschoben. Das erschienen zwei wöchentlich, 32 Seiten und ich glaube, eine enorm lange Zeit. Also ich glaube, über 20 Jahre dürften es gewesen sein. 497 Ausgaben. Ja. Gerd, das war dann so dein Einstieg. Damit fing es bei mir eigentlich an. Wie gesagt, Superhelden hat, erst habe ich Marvel kennengelernt und wie gesagt, ganz klassisch ist es bei mir dann 1974 gewesen. Wie gesagt, ich hatte mein erstes Schuljubend, ein tolles Zeugnis, eine Nachbarin schenkte mir 5 D-Mark, eine unermessliche Summe. Und ich hatte das Cover vom ersten Superman Superband bei uns im Kiosk entdeckt. Das war da in dem Regal und der kostete 5 D-Mark. Also für ein Kind eigentlich unbezahlbar. Aber ich war ja jetzt reich und habe mir dann mit einem roten Cover und Superman mit so einer gewalten Faust da vorne drauf, bin dann ins Kiosk runtergerannt und habe mir dieses hundenseitige Meisterwerk, mein Initiationscomic überhaupt, geholt und ich war begeistert. Und selbst da war schon die Batman Origins Geschichte verbraten, weil der Superman Superband war ja nur eine Zusammenstellung aus alten Einzelheften, die dann zusammen gemacht worden sind. Aber das war so Rums. Und dann habe ich dann auch gesehen, dass es auch einen Batman Superband gab, Nummer eins. Und da musste ich noch mehrere Wochen warten, bis ich noch mehr Zeugnisgeld abgegrast hatte, bis ich auch die zweiten 5 D-Mark zusammen hatte und habe mir auch den ersten Batman Superband geholt, mit der tollen Betthöhlenzeichen und vollkommen genial. Und da war ich halt einfach in dieser Welt gefangen und ab da habe ich auch tatsächlich gesammelt. Das ist in der Mitte die Doppelseite, oder? Ja. Mit der Betthöhle. Ja, ja, das ist... Wie alt warst du da, Gerd? 74 bin ich im November, ja 7, wie ich das mir geholt hatte, war ich 7 Jahre alt. Bevor du das Heft gesehen hast und bevor du in diese Welt abgetaucht bist oder auch bevor du auch die Marvel-Helden gesehen hast, wie sah denn da deine Kindheit aus? Also wer waren denn da deine Helden bis dahin? Kannst du dich daran noch erinnern? Wir hatten natürlich auch unsere Serien. Ich sag mal, tatsächlich ist es bei mir so, dass für mich so Serien waren, ich kenne jetzt vielleicht heute keine mehr, Kimba, der Weiße Löwe. Ja, ja. Das kenne ich sogar noch. Das kam bei uns gerade raus, aber das absolute Highlight war für einen Jungen in dem Alter war Captain Future. Mhm. Diese Anime-Serie aus Japan, wo ich auch heute noch ein glühender Verehrer von bin. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich dann immer denke, das ist ja in Deutschland alles so kindgerecht aufgemacht worden. Ich habe dann später mal die japanischen Original-Folös gesehen und wie ich also erwachsen war, habe ich festgestellt, dass diese Serie eigentlich für Erwachsene gedacht war. Ja, weil die ist auch sehr gewalttätig, Nacktheit, also gab es alles, das wurde in Deutschland ja alles rausgeschnitten, das wurde zu einer Kinderserie umgemodelt. Aber Captain Future, sag ich mal so, ist so der erste Held, den man so als Junge in den 70er Jahren, ich glaube, wo alle in meinem Alter einfach drauf gestanden haben. Das heißt, so die Fernsehlandschaft war dementsprechend auch schon drauf aus. Also das war ja ARD, ZDF, glaube ich, als die zwei Sender, die es gab. Es gab nur ARD und ZDF und Captain Future lief halt auf dem ZDF. ARD hatte Kimber, der Weißen Löwe. Da kam dann auch noch Heidi, also es kam also, ja, wir hatten da nichts anderes. Ich habe auf den Spruch gewartet. Ja, aber es ist so hier. Wir hatten ja nichts. Das ist ja, wenn man sich heute Fernsehprogramm an, was man an Serien, alles Kinderserien so auswählen kann. Nee, bei uns, wir waren ja darauf angewiesen. Und auch ein Highlight, so als Junge in den 70er Jahren, war Robby, Tobi und das Fliebertüt. Eine deutsche Serie. Das ist mir gar nichts. Das ist eine Puppenserie, die damals gemacht wurde von der ARD. Eine experimentelle Serie, die die gemacht haben nach einem Kinderbuch, wo ein kleiner Junge, der bekommt einen Besuch von einem Roboter. Der Roboter muss halt sein Roboter-Abitur machen und muss dafür drei Aufgaben haben. Dafür braucht er den kleinen Jungen. Deswegen bauen sie ein Gerät, was fliegen, schwimmen und noch was kann. Deswegen Fliebertüt. Das ist doch nun mal verfilmt worden, oder? Das ist jetzt vor zwei, drei Jahren wurde da nochmal ein Kinofilm draus gemacht. Und dann hatten wir natürlich doch auch so die Tim Thaler. Ja, klar. Ja, okay. Das ist das aus den 70ern. Tim Thaler war ein Highlight. Die Vorstadt-Krokodile, die Serie, die habe ich heiß und innig geliebt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich dachte eigentlich, dass die Filme, die die letzten zehn Jahre rausgekommen sind, dass die original werden. Nein, nein. Die Vorstadt-Krokodile ist als Fernsehserie von der ARD gemacht worden, was da auch immer interessant war, was damals so die Hauptrolle von den behinderten, querschnittgelähmten Jungen spielten Mädchen. Weil sie hatten keinen geeigneten Darsteller gefunden, der die Rolle spielen konnte. Das war tatsächlich ein Mädchen. Das war damals eine Sensation, dass ein Mädchen einen Jungen spielte. Vor Bart Simpson noch. Im Prinzip ja. Das waren unsere Highlights. Also in diesem fantastischen Bereich, das muss man natürlich sagen, das waren ja auch alles Kinderserien, die so einen gewissen Bildungsauftrag hatten. Also ich sage mal, das muss man auch mal so sehen. Und so Captain Future war schon wieder der Schund, der eigentlich keinen Bildungsauftrag hatte, aber der dann auch lief. Aber wir haben, das haben wir geliebt. Aber Captain Future war so das absolute Highlight. Und da gab es ja damals auch Comics. Also ich habe auch die Comics gesammelt zu Captain Future. Und Merchandising. Merchandising. Also es gab also, das Raumschiff konnte man kaufen von Captain Future. War schon eine tolle Sache. Also das war dann so auch so dein Actionfiguren-Spielzeug, Captain Future? Mein Actionfiguren-Spielzeug, hauptsächlich war Big Jim. Ja. Das ist ja auch interessant. Das war ja jetzt diese Netflix-Doku mit den Sachen, die die gespielt haben. Da war ja auch hier G.I. Joe. G.I. Joe ist in Deutschland als Konkurrenzprodukt zu Mattels Big Jim verkauft worden unter dem Namen Action Man. Action Force. Action Force, ja. Action Man. Action Man und Action Force. Also die einzelnen, ja. Und die haben sich halt daran unterschieden. Die Big Jim-Figuren waren etwas kleiner, hatten aber diese Muskeln-Dinger, dass die sich so Muskeln hatten, die sich bildeten und ein Karate-Schlag. Und die Action-Man-Figuren hatten echt Haar. Das wird dann immer so angepriesen. Aber ich hab halt Big Jim bekommen, weil der war etwas preisgünstiger und da gab's halt mehr Zubehör. Das hat man in Deutschland wohl erfolgreicher vermarktet als Action Man, weil man hatte bei Action Man diesen ganzen militärischen Hintergrund, hat man in Deutschland überhaupt nicht veröffentlicht. Also ich hab das erst durch diese Fernsehserie erfahren, dass das halt ein G.I. Joe war eigentlich. Aber Action Force, Bernd, kennst du auch noch, ne? Kenn ich auch noch aus den Spielwarengeschäften. Es war diese neon-orangene Packung. Ich hab nur noch die irgendwie so im Kopf, dass die da standen. Ich hab die nie gehabt. Irgendwas mit orange war's. Irgendwie neon-orange und so kursiv stand da Action Force drauf. Ich mein, das war Action Force. Aber das war bestimmt schon um die 90er rum. Muss es sein. Also ich kann mich dran erinnern, das war in einem Laden, wo ich damals noch für Ghostbusters, die Figuren, die zur Zeichendrick-Serie rauskamen, da waren die gerade so in. Und da standen diese Action Force-Figuren im Hintergrund. Also das war auch mit so Ninjas und so, ne? Also ich weiß, dass wir mit Schulkumpels in der Grundschule, haben wir mit denen immer gespielt. Da hände ich mich noch gut dran erinnern, die Figuren auf jeden Fall. Das ist halt das Interesse. Da merkt man schon diesen Unterschied in der Zeit. Das ist bei uns halt wirklich noch so vermarktet worden. Es gab nicht diesen Hintergrund. Also wir wussten nicht, dass es G.I. Joe war. Ja, das kannten wir ja gar nicht, weil das wurde halt als Action-Figuren verkauft. So nach dem Motto, wie bei Big Jim, mit denen ging man halt draußen kämpfen und campen und sonst was. Also da wurde dieser paramilitärische Hintergrund, der wurde ja schon mal komplett ausgeblendet. Und so nur zehn Jahre später hatte sich das schon komplett verändert. Also wir hatten das einfach nicht. Ich glaube, unsere erste große Sache, Captain Future, war so ein bisschen, es gab halt Merchandising dazu, aber auch nicht allzu viel. Wo das bei uns in unserem Alter mit anfing oder in unserer Generation, das ist halt mit Star Wars. Star Wars war 1977 die Initiation, wo wir auch plötzlich mitbekommen, dass ein Film so vermarktet wurde mit Merchandising dementsprechend. Jetzt sprichst du immer vom Wir. Das heißt, du hattest auch einen Freund. Meine Freundin und ich, wir waren auch immer zu mehreren. Wir haben halt die Comics getauscht, die wir hatten. Zum Beispiel habe ich neben Superman Comics, die ich damals dann auch gesammelt habe, mir also alle zwei Wochen gekauft habe, von meinem Taschengeld, habe ich auch die Kung-Fu-Comics gesammelt. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Es gab mal eine Comic-Reihe von Bastai, Kung-Fu. Die ist im Rahmen dieser ganzen Eastern-Filme, die in den 70er Jahren in Deutschland in Kinos kamen. Da wurden einmal die Comic-Abenteuer von der Marvel-Comicserie, da Quai-Shang Kane, hatte Marvel ja in Amerika eine Comic-Serie zugemacht, diese Fernsehserie Kung-Fu, wurden da drin verbraten. Und da wurden auch immer Kung-Fu-Filme besprochen, die im Kino liefen, die wir natürlich alle nicht sehen durften, weil wir keine 18 Jahre alt waren. Aber da gab es immer so schöne Anzeigen, da konnten wir sich Nunchakos bestellen und Wurfstarren. Die wurden dann frei ausgeliefert. Ja, du glaubst gar nicht, was das für ein Highlight war. Wir haben gespart, weil das war ja richtig teures Zeug, ich glaube irgendwie 50 D-Mark hatten wir zusammengespart für einen Nunchaku aus Gummi, also der dann am Haupt war und vier große und vier kleine Ninja-Wurfsterne bei so einem ominösen, ich weiß nicht, ob ihr diese Anzeigen kennt, die früher auch in den Comics waren, so kleine Anzeigen, wo man auch die Seamonkeys bestellen konnte, da gab es halt auch diese Anzeigen, hier Nunchaku, so vollkommen geil. Und dann haben wir, weißt du, dann musstest du das Geld im Briefumschlag da hinschicken und so. Und dann hast du Wochen gewartet, da kamen dann was und irgendwann kamen dann die Post an mit so einem Paket, aufgemacht, das Gummi Nunchaku war eine totale Enttäuschung, zweimal benutzt war es im Arsch, aber die Ninja-Wurfsterne, mit denen haben wir allerlei Unsinn. Also erstmal haben wir angefangen, also hat der Vater von einem Freund, der hatte halt so eine Schleifmaschine, da wurden die erstmal scharf geschliffen und dann haben wir damit sehr, sehr viel Unsinn angestellt. Genauso wie wir unsere Big-Gym-Figuren irgendwann gesprengt haben mit Krachern, wo wir anfingen Filme zu drehen. Wir haben ja mal auf Super 8 unsere ersten Filmexperimente gewagt und haben dann kleine Actionfilme mit Big-Gym-Figuren inszeniert und das Highlight war immer, dass irgendeine Big-Gym-Figur in die Luft flog. Mit dem China-Böller wurde sie dann gesprengt. Kannst du dich noch daran erinnern, was dich dann letztendlich an dem Abbild eines Superhelden gereizt hat? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann war Spider-Man der erste, den du mal so gesehen hast, so eine verkleidete Figur. Habe ich auch gelesen. Das war aber nie so, dass das mich jetzt so geflasht hätte wie bei Superman-Batman. Und bei Superman war das einmal dieses Cover, weil dieses Cover von Superman, das war genial. Und das zweite, das war die Batman-Story, die in dem Band drin war. Das war dieses Eröffnungspanel, wo da so ganz düster, man sah eigentlich nur seine Silhouette. Und das wirkte fast wie so ein Grusel-Comic, aber nicht wie ein Superhelden-Comic. Das kann man irgendwie nicht beschreiben. Und vor allen Dingen, weil ich da den Eindruck hatte, bei Spider-Man, das war ja auch aus den Anfängen von Marvel, er war ja noch ein Teenager, das kam mir irgendwie nicht erwachsen genug vor. Aber während dann bei Batman, während in Deutschland viele Sachen von Neil Adams verstanden, das waren sehr erwachsene Geschichten. Und das war einfach, das war cool. Das war einfach nur cool. Das kann ich nicht anders beschreiben. Also man hat dann da gesessen und gelesen und dann auch die Tatsache, dass er halt keine Superkräfte hatte, dass er sich das alles selbst angeeignet hatte. Ich finde, das ist bei jedem Kind, das hat doch wahrscheinlich bei euch dann wieder so diese Rolle gespielt. Das kann man ja, weil Superman kann man nicht werden. Das ist immer so eine Sache. Ich finde Superman toll als Charakter und Figur, aber der ist halt immer außen vor, weil er ist ja ein Außerirdischer und deswegen. Aber bei Batman hat man doch als Kind immer dieses Gefühl, ja, Batman könntest du auch werden. Du musst dich nur genug anstrengen, dann kannst du Batman werden. Ein bisschen Geld. Ein bisschen Puzzle-Jaden halt. Ja, aber so kommt das doch bei einem Kind an. Dementsprechend. Das war einfach das, was mich fasziniert hat. Und deswegen bin ich da aber auch hängen geblieben und auch eigentlich bis heute immer DC-Fan geblieben, weil mich immer die Geschichten von DC halt letztendlich mehr fasziniert haben. Einfach von ihrer ganzen Mache. Also ich sag mal, das war, der Nostalgia-Kritik hat das mal gesagt, dazu seiner Wonder Woman-Kritik und dem kann ich nur zustimmen. Marvel sind die Geschichten von Menschen, die zu Göttern werden. Und DC sind die Geschichten von Göttern, die zu Menschen werden. Und das sind eigentlich die interessanteren Geschichten. Jetzt habe ich hier ein paar Hefte da liegen aus der Zeit. Also was heißt aus der Zeit? Hier eins von 78. Und das andere, glaube ich, ist auch so frühe 70er Jahre. Und ich stelle mir dann immer so vor, im Vergleich zu damals, wie sah es denn da mit Merchandise aus? Und wenn ich dann hier so die Hefte mal so ein bisschen durchblätter, dann gibt es da so Sammelecken, sofern sie nicht rausgeschnitten wurden. Und da steht drauf, ich zitiere, Sammelecke, ein Punkt für den Supi-Shop. Auf Postkarte kleben und einlösen über eHaper Verlag GmbH Postfach 1215. Auch diese süße Postleitzahl 7000 Stuttgart 1. Ja. So, Gerhard, was hast du dafür bekommen? Warst du Einkäufer im Supi-Shop? Ja, das war halt ein Merchandising-Shop. Da konnte man Tassen, bekam man da, eine Superman- und Batman-Tasse. Was ich da haben wollte, das ist einfach, das war die Batman-Maske. Da muss ich aber sagen, und zwar stand da, die war nie mit dem Bild abgebildet, sondern da war eine Zeichnung von Batman, und zwar von Adam West Batman. Und ich hatte halt die wahnsinnig tolle Idee, mich als Batman-Karneval zu verkleiden. Da war ich also schon, das war 1977, genau. Ich hatte auch schon Star Wars gesehen, aber ich war halt auch immer noch super mein Batman-Fan und ich wollte mich als Batman zu Karneval verkleiden. Und ich hatte dementsprechend eine lila Strumpfhose, ein lila T-Shirt, ein selbstgebasteltes Bett-Symbol, ein blauer Bademantel als Cape und ich brauchte halt eine Haube. Und ich bin halt diesem Irrglauben angehaftet geblieben, dass ich, wenn ich genug Sammelecken habe, ich eine echte Batman-Haube bekam. Also habe ich die Sammelecken gesammelt, die ich hatte rausgeschnitten, ich weiß nicht mehr, wie viel man brauchte, kann ich das heute nicht mehr sagen, auf die besagte Postkarte geklebt und dann eingeschickt. Und ein paar Wochen später trudelte ein DIN A4-Umschlag bei mir zu Hause ein. Vom Ehepaar Verlag, ich machte ihn auf und da war ein Pappkarton drin mit der Batman-Maske zum Ausschneiden. Große Enttäuschung meinerseits, weil das sah jetzt nur nach allem aus, aber nicht nach Batman, weswegen ich mein Karnevalskostüm dann auf Luke Skywalker umgeendet habe. Aber geil, oder so eine Vorfreude eigentlich auf etwas zu haben und man spinnt sich im Kopf aus, wie das am Schluss aussehen wird und das macht man über Tage und Wochen hinweg eigentlich. Klar, mit einer Ernüchterung am Schluss ist es ein bisschen traurig. Der Gerd hat doch drei Tage geweint, so wie das alle gemacht haben. Aber das ist doch so, man ist halt Kind, man freut sich da unendlich drauf, da kommt da jetzt was und du willst das unbedingt haben. Ich sage mal so ähnlich, ich habe mir auch die Sea Monkeys bestellt und wer kennt diese Werbung für die Sea Monkeys nicht? Da sieht man diese Personen mit einem Dreizack, also diese kleinen Effi mit einem Dreizack und die sind ja gezeichnet und man denkt sich, was kommt da jetzt an? Da kommen die Sea Monkeys an, man hat da sehr viel Geld investiert, da kommen da diese zwei Tütschen an und dann macht man das, um dann irgendwie so ein Zentimeter weiße kleine Krebse zu ernähren. Die Urzeitkrebse waren das, ne? Genau, das waren die Urzeitkrebse von Yps, die Yps später vermarktet hatte, wobei die Sea Monkeys wohl tatsächlich eine Hybridzucht waren, also speziell die sind im Labor gezüchtet worden. Wo wir gerade bei persönlichen Enttäuschungen sind, da es eh gerade sehr persönlich ist, Bernd, Gerd hat es ja gerade schon geschildert, kannst du dich noch an deine größte Kindheitsenttäuschung erinnern, als du sowas wie du gerade geschildert hast? Du hast dich auf irgendwas wahnsinnig gefreut, hattest vielleicht auch das für Geld ausgegeben, Taschengeld gespart und dann hast du dir irgendwas gekauft und warst, ich drücke es mal vorsichtig aus, wie du es gerade gemacht hast, ernüchtert. Ich würde gerne mal kurz interessieren, was das bei dir gewesen ist, weil ich glaube, dass man sich an diese Situation immer noch erinnern kann, auch als Erwachsener, vielleicht sein Leben lang. Mario Paint. Habe ich nie gekauft, hat aber ein Kumpel von mir gehabt. Erzählst mir, komm. Mario Paint für Super Nintendo. Oh ja. Und ich wollte Animationsfilme machen und das Programm hat einem das versprochen und ich weiß noch, also für mich sind immer die tiefsten Erinnerungen, sonntags in der Kirche, die Kirche durchzustehen und die Predigt durchzustehen. Und das habe ich halt immer überbrückt, indem ich mich in diese Welt dann entführen habe lassen, wie ich einen Zeichentrickfilm mit Mario Paint dann eben verwirklichen kann und wie ich das machen würde und dann würde ich das von links nach rechts fliegen. Und man denkt sich, okay, die Möglichkeiten des Programms sind bestimmt vielfältig. Und dann hatte ich Mario Paint und dann konnte man da halt nicht mehr als eben so eine Animationsstufe machen oder halt etwas, was wahnsinnig beschränkt war letztendlich und all die Sachen, die man sich wochenlang bis zu diesem Weihnachtsmoment, wo ich dann eben Mario Paint bekommen habe mit Maus und eben auch den Tablett, auf dem man die Maus führen konnte. Die Möglichkeiten waren so beschränkt, dass es schon sehr ernüchternd war. Allerdings muss ich dann dazu sagen, diese Beschränktheit führt halt eben auch dazu, dass man dann so Workarounds entwickelt und dann doch die ein oder andere gute Sache dann dabei rausbekommt. Aber ja, das ist das, was mir jetzt spontan eingefallen ist, dass das für mich die größte Ernüchterung war. Aber weil es anscheinend ein Thema ist, was an dir nackt, Henning, was war es denn bei dir? Kein Witz jetzt, auch Super Nintendo. Ey, muss man mal wissen, wie teuer die waren, die Spiele. Die haben 120 Mark gekostet oder so damals. Das war eine Wahnsinnssumme. Und ich wollte, ich habe in der Zeitschrift in irgendeinem damaligen Games-Magazin einen Test gelesen und die haben dort Jimmy-Connor-Tennis mega abgefeiert. Und dann habe ich mir gedacht, und ich hatte damals für den Super Nintendo dieses Super-Tennis hieß das. Und ich wollte noch ein besseres Tennisspiel. Und das habe ich gekauft und ich bin damit überhaupt nicht zur Rande gekommen. Weil du musstest immer beim Schlagen ausholen. Also wie du das jetzt heute bei Tennisspielen auch machen. Du hast den Knopf gedrückt und dann hat er erst mal ausgeholt und dann musstest du einen richtigen Moment loslassen, damit du den Ball triffst. Ich habe da einen Tag dran gesessen und ich habe nichts getroffen. Ich bin durch das Spiel einfach nicht klargekommen. Und ich habe in meinem Zimmer gesessen und ich habe geheult. Damals war ja auch nichts und du konntest das ja auch nicht einmal wieder zurückgeben. Also du hattest es gekauft und du hattest es so, ich habe 120 Mark dafür ausgegeben und es ist einfach nicht gut und ich konnte es auch nicht zurecht. Aber damals hat man auch noch Ehrgeiz. Ich habe, ohne Scheiß, ich habe wochenlang Jimmy Connard Tennis trainiert, weil du dir das ja auch nicht eingestehen willst. Da hast du jetzt das Spiel gekauft, was mir das nix getaugt hat. Und das Spiel ist wirklich gut. Also das war damals, für den damaligen Status oder Stand war das wirklich überragend. Aber ich habe Wochen gebraucht, bis ich dieses Spiel einigermaßen drauf hatte. Aber du hast dich da durchgebissen. Das war echt krass. Also das werde ich auch niemals vergessen, mein ganzes Leben nicht. Aber der erste Tag, das war der Hammer. Ich habe einfach den ganzen Abend geheult, weil ich dachte, scheiße, ich habe mir das falsche Spiel gekauft. Aber damit brichst du gerade auch bei mir noch so einige Lücken auf. Also war gerade eben auf dem Game Boy auch. Ich meine, du hast jetzt nur die Cover als Referenz eigentlich, um was für ein Spiel es sich handelt. Und die Cover waren so teilweise geil gezeichnet und illustriert. Und dann war das ein Roleplaying-Game auf Englisch. Ja, und damit kann ich halt als 10-jähriger Steps halt nix anfangen und habe es nicht über den ersten Level geschafft, weil es einfach eine Sprachbarriere auch gab. Und weil ich halt dachte, es wäre ein Actionspiel. Ich weiß gar nicht, wie hieß das denn? Irgendwas mit Gargoyles? Gargoyles Quest, glaube ich, hieß das. Soll ein super Spiel gewesen sein, habe ich nachträglich gelesen. Aber ich habe es halt nie über den ersten Level hinaus geschafft, weil es einfach nicht mein Genre war, nicht meine Sprache war. Ja, da gab es so einiges. Ist für mich das Batman-Spiel. Und zwar nicht das, was von Konami rauskommt. Arkham Knight? Nein, nein, nein. Mein erstes Batman-Spiel war für einen Schneider ZX-Spektrum. So ein Isometrie- ... Ich weiß nicht, wer das raus war. Das Codemasters? Ja, ja. Nee, ich glaube, Ocean war das so. Oder Ocean, ja. Ocean, ja. Isometrisches Adventure, das habe ich auch nie beendet, weil das sauschwer war, die Grafik so abstrakt war, dass ich die Hälfte der Rätsel nicht kapiert habe, weil ich nicht wusste, was das für Gegenstände sein sollte. Ich habe mir dann irgendwann eine Zeitung mit der Komplettlösung geholt. Und dann hieß es dann, dann muss man den Bette-Rang da ablegen, um dann da hinzugehen, damit sich die Tür öffnet. Und dann war das von der Steuerung so unmöglich, dass man das überhaupt nicht schaffen konnte. Ja, das war auch ... Also ich bin damals auch im Zuge meiner Heldenverehrung leider auf die Heldenverarsche reingefallen. Das hatte ein cooles Cover, glaube ich, das Spiel. Das war der Pinguin, der, glaube ich, da vom Batman am Hals gegriffen wurde. Ja. Eieiei. Okay, dann ist das in Deutschland erschienen, weil ich dachte, dass im Zuge der Recherche, da habe ich nichts gefunden, dass das auch in Deutschland erschienen ist. Wobei mit Schneider und Amstrad, da weiß ich auch gar nicht, was ... Ach, das ist bestimmt ein eigenes Zeitalter für sich gewesen, nochmal die Computergeschichten. Hören wir auf, mit Computern, also ... Ich habe so wirklich Schneider Amstrad irgendwann in der C64 mit Datasette, also wo man halt dann ... Dann irgendwann habe ich mir ein Floppy-Laufwerk gekauft, um diese in den schneiden Ladezeiten zu überbrücken. Aber wir sind am Anfang ... Wir haben Zeitschriften gekauft für den C64, wo irgendwelche Space Invaders-Klone als Basic-Listing drin waren. Dann haben wir die zu fünf Mann nacheinander abgetippt, ne? Also in den Computer, stundenlang da gesessen, um dann Space Invaders spielen zu können. Und weil ich ja keine Floppy und keine Datasette hatte, ne? Irgendwann musste ich ja den Computer wieder ausschalten, ne? Und da war das hinüber. Und wir haben uns trotzdem am nächsten Tag wieder hingesetzt und haben wieder dieses scheiß Listing abgetippt. Das ist ... Du hast damals Sachen gemacht, das ist unglaublich. Ja, du hast vorher gefragt, du weißt nicht mehr, wie viele Punkte du für diese Batman-Maske brauchtest. Ich sehe gerade hier bei dem einen Comic, was ein Batman-Sonderheft ist aus dem Jahr 82. Da ist auf der Rückseite die Batman-Maske auch abgebildet. Sehr witzig. Also sie ist tatsächlich mehr im Adam-West-Style. Ja. Mit diesen weißen Strichen als Augenbrauen. Richtig, ja, ja. Es waren ganze fünf. Also, Gerd, wenn du noch welche brauchst ... Ich habe noch in meinen Batman-Mammut-Bänden, habe ich noch welche, da kann ich dir ausschneiden und schicken. Aber überleg doch mal, allein die Tatsache, mit der lila Strumpfhose, weißt du, zu diesem Zeitpunkt habe ich ja wirklich geglaubt, dass Batman ein lila Kostüm trägt. Dank dem E-Pass falscher Farbdruck, die sie abgeliefert haben. Das ist Wahnsinn, ey. Das habe ich nie verstanden. Ich verstehe es erst jetzt inzwischen. Ich glaube, alle E-Happer-Hälfte wurden in Italien, glaube ich, gedruckt. Immer von der gleichen Druckerei. Und fast jedes Heft stellt diesen grauen Anzug, den er eigentlich trägt, in diesem, ja, in diesem lila da. Einfach, weil zu viel Magenta da mit reingemischt wurde. Aber unterschiedlich stark, oder? Ja, unterschiedlich stark, ja. Am schlimmsten ist, wenn Batman hellblau dargestellt wurde in einem Comic, wie ich es hier zum Beispiel habe, dann trägt er halt wirklich hier mal einfach so einen Bubblegum-Pink als Anzug. Ich platte jetzt gerade hier so ein Mammut-Band durch. Und das ist tatsächlich, da sind ja drei Superbände drin in so einem Mammut-E-Happer-Band. Und selbst da ist es so unterschiedlich. In einem Comic ist es grau, im nächsten geht es dann schon wieder ganz stark ins Lila. Das ist echt Wahnsinn, ne? Also, das ist total, das ist total faszinierend. Ich bin hier immer noch fasziniert im Supi-Shop, auf dieser Übersichtsseite, was da gab. Für 20 Punkte gab es einen riesen Poster von Superman oder von Batman oder von Roter Blitz. Ja. Oder neu in dem Fall, also 82, grüne Leuchte. Mhm. Dann gab es normale Poster von Superman oder Batman. Und das ist ein geiles Batman-Poster. Also, es ist halt diese berühmte Batman-Pose von Neil Adams. Also, dieser Batman, der... Wo er rennt, ne? Wo er rennt. Also, so fast, dass er eigentlich schon stürzt. Batman kurz vorm Sturz, so weit hat er den Arm vorne. Geil. Dann gibt es ein Poster Festung der Einsamkeit für 10 Punkte. Das ist so eine Übersicht. Da ist auch, glaube ich, Supergirl mit drauf. Ja, die ist auch abgedruckt worden irgendwo. Das ist auch mal abgedruckt worden. In den Heften hier, das kenne ich noch, ja. Und die Betthöhle, wo man dann eben auch reingucken kann mit diesem vulkanartigen, ja, mit diesem vulkanartigen Berg, der neben Wayne Manor steht, in dem dann eben das Batplane und der Hubschrauber mit drin ist. Und dem Dinosaurier. Klar, der Dinosaurier, das Bettboot. Eine ganze Reihe an Aufklebern, ob es jetzt Superman als Person war oder das Logo, Batman oder Batman als Logo, roter Blitz und Wonder Girl. Wonder Girl. Wonder Girl, ja. Also, Wonder Girl ist jetzt nicht Wonder Girl oder irgendwie sowas, sondern das ist Wonder Woman. Ja. Also, ich habe es mich eh gefragt. Ich meine, Henning, du hast ja auch die Mammutbände, in denen ja dann auch ab und zu von Superboy-Abenteuern mit dabei waren. Und da wurden die Namen ganz merkwürdig eingedeutscht. Das war dann, wie hier in dem Fall, Wunder auf Deutsch geschrieben, aber Girl hintendran gesetzt. Gerd, hast du da irgendwas mitbekommen in der Zeit? War das gerade so en vogue, dass man dann so gern mal hier sagt, du bist mein Boy oder du bist ein Girl? Ja, das ist so ein bisschen 80er-Jahres-Slang, wo sich langsam die Anglizismen in der Jugendsprache einfach durchgesetzt haben. Das heißt also, die deutschen Kulturwächter hatten es aufgegeben mit der deutschen Sprache. Und man fing plötzlich an, Wörter zu benutzen wie Boy, Girl oder auch Cool. Also, ich sage mal so, damals war ja alles cool in den 80ern. Das war ja dann, wo ich also quasi so als 14- bis 20-Jähriger romantiert habe in den 80ern. Und da war das einfach üblich, dass man wirklich das konsequent vermischte. Und man hatte dann wirklich so einen Kauderwelsch gehabt, wo man teilweise Wörter und Sätze bildete mit deutschen und englischen Wörtern, weil es halt gerade in Mode war. Interessant ist eigentlich viel eher, warum diese Helden bei Earpa erschienen sind. Das war eigentlich eher Zufall, weil Earpa eigentlich nur Superman rausbringen wollte, sie aber von DC ein komplettes Lizenzpaket aufgebrummt bekommen haben. Deswegen kamen eigentlich auch andere Helden irgendwann zur Veröffentlichung. Das ist ja nicht sofort auf einmal erschienen, sondern das kam ja peu à peu, nachdem sie merkten, dass sie damit erfolgen. Aber eigentlich wollten sie nur Superman bringen. Ich finde bei Earpa total geil. Ich blätter das hier gerade nebenbei nochmal durch. Das habe ich letztes Mal schon. Ich habe irgendwann von einem halben Jahr nochmal so ein Taschenbuch gelesen, so ein altes Earpa-Batman-Taschenbuch. Ich finde das total irritierend, dass die immer diesen, die haben achten extrem auf Groß- und Kleinschreibung. Das ist ja irgendwie heutzutage auch nicht mehr so, weil in den Comics ja eigentlich generell alles groß geschrieben wird. Immer Großbuchstaben. Aber immer die Namen der Figuren sind immer in Großbuchstaben. Also du hast dann immer plötzlich in so einem Satz mittendrin so einen riesen Batman einfach in groß stehen. Aber wenn es Wayne oder so ist, ist es ganz normal geschrieben, aber Batman ist immer groß. Oder auch dann irgendwie die Gegner genauso. Das finde ich irgendwie total, also die haben schon seltsame Sachen damals gemacht. Ja, wenn wir schon dabei sind. Also ich meine, das war ja damals nicht, wie man es heute kennt, dass das alles so handschriftlich, also zumindest so aussieht, als wäre es handschriftlich. So waren die US-Comics zumindest, die waren handschriftlich. Aber hier war es Maschinenlettering. Richtig. Also das heißt, das ist wie mit einer, als hätte man es in eine Schreibmaschine eingespannt. So hat man das gemacht. So ist das tatsächlich gemacht worden. Da sind Matrizen, also die bekamen die Seiten, die wurden ja auch umgemodelt. Das war ja auch so, das ist ja auch so eine Sache. Airpaar hat ja die Sachen gar nicht so veröffentlicht, wie sie original veröffentlicht worden sind, sondern die haben ja teilweise ganze Seiten umgestellt, auch weggelassen von diesen Geschichten. Haben manche Panels größer gemacht, andere haben es wiederum kleiner gemacht und so weiter. Und diese fertig bearbeite Seite bekam dann halt der Maschinenletterer als Matrize und der hat das in eine Schreibmaschine eingespannt und hat das getippt auf die Matrize. Ja, das ist schon faszinierend. Ich meine, da leidet natürlich auch der Dialog drunter. Da mussten ein paar Sachen eingekürzt werden. Das ging jetzt vielleicht noch bei diesen A4-Heften, aber wo es dann ein bisschen kritisch wurde, das war ja dann, wenn es um Taschenbücher und so weiter geht, weil die waren ja nicht nur, dass sie kleiner waren, sie haben ja auch tatsächlich die Schriftgröße, glaube ich, mehr oder weniger beibehalten, sodass dann noch weniger Dialog in die Bubbles reinpasste. Und das sind die auch am weit am meisten gekürzten, gerade in den Taschenbüchern. Also das ist nicht nur bei Airpaar, sondern später auch bei Condor mit seinen Marvel-Taschenbüchern. Da ist keine der Geschichten so erschienen, wie sie in den USA erschienen ist. Das ist immer gekürzt gewesen, immer umgemodelt, weil auch wieder dieses kleine Taschenbuch-Format, diese Panel-Aufteilung vom Künstler ja gar nicht mehr funktionierte. Also hat man sich auch nicht mehr daran gehalten, hat die einfach über Bord geschmissen und hat sich das selbst zusammengebaut. Aber es hat was wahnsinnig Faszinierendes. Also hier durchzublättern, ist einfach geil. Hier lese ich auch gerade nochmal hier bei diesem Comic, was ich hier habe, da geht es nämlich auch um die Legion der Superhelden. Mitwirkende, Doppelpunkt, Chamäleon-Boy, Riesen-Boy, Cosmo-Boy, Duo-Girl, Element-Boy, Prinzess-Projektra, Schatten-Girl, Vince-Wander und Sonnen-Boy. Sonnen-Boy. Das ist so geil, ne? Das ist so geil. Cosmos-Boy hieß der, ne? Ach, wie toll. Ja, schön. Superman und Batman haben sich ja das Comic-Heft auf den Titel öfters mal geteilt. Also zumindest hatte man erwarten können, dass beide dann eine Geschichte mit drin haben. Aber teilweise waren es auch nur reine Superman-Stories. Also über die 32 Seiten dann eben verteilt. Also man hatte nicht immer irgendwie dann eben auch die Garantie, dass auch ein Batman-Abenteuer mit dabei war. Ist das so ein, dass so ein Harper-Heft, wo oben auch links oben das Superman-Logo drin ist und er da so fliegend davor, ne? Ja. Ah, ja. Ja, aber schon geil. Ich fand auch dieses Batman-Logo geil mit dieser Fledermaus mit dem Kopf. Ja, ja. Und dann stand irgendwie links Bat und rechts Man. Nein, also dass das so den Kopf quasi umschließt. Schon geil irgendwie. Und hier sehe ich auch nochmal so eine kleine Werbung. 211 verschiedene Briefmarken, gratis, darunter 30 große Bildermarken. Erhält jeder einmal kostenlos, der sich für unsere aktuellen Briefmarken interessiert. Ein Auswahlheft senden wir unverbindlich zur Ansicht mit kein Kaufzwang. Schreibe deshalb noch heute an. Naja, hier und da. Was waren die Hobbys von Kindern und Jugendlichen in den 70er Jahren, dass du solche Anzeigen mit Briefmarken sammeln? Das war damals noch für viele was ganz Spannendes. Also ich fand es damals schon scheiße. Ich habe mich da schon immer darüber gewundert, dass das Leute machten. Ist eins von diesen Postern in dem Supi-Shop, ne? Ist es das, wo die auch so laufen nebeneinander? Nee, leider nicht. Da gibt es irgendein bekanntes Bild, wo Superman und Batman so nebeneinander so am Rennen sind. Das gab es bevorzugt ja in den Mammutbänden abgebildet. Da liefen die zwei dann so mit einer Kante als Hand, liefen die nebenher. Ja, genau. Super. Ist das hier auch drin in dem Mammutband? Also in meinem, das ist die Nummer 4, war es hinten drauf oder hinten drin. Ach, letzte Seite. Ja, ich sehe es gerade. Ach, das ist Werbung. Das ist Werbung für die regulären Hefte, ne? Ja, genau. Was mein Highlight immer war, das waren damals dann zum ersten Mal, das war Superman gegen Muhammad Ali. Oh, das ist, oh. Das war so geil. Das kam in Deutschland raus. Ja, das kam raus, natürlich. Ja, das kam in Deutschland raus. Als Großformat, als Großformat-Band. Das war riesig. Ja, ja. Und Superman gegen Roter Blitz habe ich auch noch, also damals mir gekauft. Das waren doch diese, wie hießen die Sonderausgaben, hießen die auch, ne? Ihr habt halt Sonderausgaben gemacht, da war das auch dabei. Sonderausgabe, ganz genau. Das größte Rennen aller Zeiten, Superman gegen Roter Blitz. Und auch Superman gegen Spider-Man. Ja, genau. Da gab es auch schon Crossover-Band von den beiden. Genau. Das waren die drei. Die drei Crossover sind auch in Deutschland erschienen. Mehr gab es auch. Ja, diese Sonderausgaben, genau. So, Gerd, von deinem Blick aus, was hattest du denn für einen Eindruck, was war denn so in den 70ern größer, Batman oder Superman? Ich hätte es so gesagt, gefühlt Superman. Ich würde auch sagen, Superman war da halt der Größere. Das lag natürlich auch vor allem drin. Wir müssen halt einfach sagen, 78 kam dann Superman der Film. Und ich glaube, das ist auch das, was Eherpa dann nochmal einen Schub gegeben hat. Hier haben sich halt die Jugendzeitschriften vor allen Dingen dem angestellt. Und ich habe von Superman der Film, also tatsächlich, Eherpa hatte zwei, drei kleine Artikel auf ihrer Leserbriefseite, aber gar nicht mal so viele, noch nicht mal Bilder hatten, die gemacht haben. Das war die Bravo. Die Bravo brachte vier Wochen vor Kinostach eine Ausgabe mit Superman auf dem Cover, also Christopher Reeve auf dem Cover. Und ein Poster, wo er vor der Freiheitsstatue steht, diese berühmte Pose. Und innen drinnen einen dreiseitigen Bericht mit Fotos. Und ich habe da, ich weiß nicht, ich habe zu Hause gesessen, ich weiß nicht, ob ich geweint habe vor Freude. Da war einfach auf einer Seite, auf einer halben Seite war dieses Bild von ihm, wo er über Metropolis fliegt, diese Nachtaufnahme von seinem ersten Einsatz. Und das war so faszinierend, weil der auch halt so aussah, wie der Superman aus den Comics, den man kannte. Ja, da gab es für mich kein Halt mehr. Also ich musste diesen Film sehen. Das war ganz einfach so. Und daraufhin habe ich dann also wirklich, was ich sonst nie in dem Alter gemacht habe, die Tageszeitungen kontrolliert, die Kinoanzeigen, die Werbeanzeigen, wann der Film denn endlich bei uns anlief. Und dann vier Wochen später war es soweit. Ich habe da gesessen, ist wahrscheinlich, hatte ich da meinen ersten Orgasmus. Ist einfach so. Nein, das war der Hammer. Das war einfach der absolute Hammer. Und das ist, ja, ich sage mal, das ist einfach so ein prägendes Kindheitserlebnis. Ich habe da gesessen und diese zweieinhalb Stunden, das war der Hammer. Und dann anschließend brachte Bravo die Filmhandlung als zehnteiligen Fotoroman. Plus den lebensgroßen Christopher Reeves-Starschnitt. Dreimal dürft ihr raten, was der Diebe Gerd gemacht hat. Und ich habe monatelang die Bravo gekauft. Das Witzige ist doch, der Christopher Reeves-Starschnitt, das ist doch nicht mal ein Foto, oder? Das ist gemalt, oder? Der ist gemalt. Der ist gemalt, ja? Genau. Das habe ich mal irgendwann, als ich vor Jahren mal gesehen habe, ich habe gedacht, das ist ja auch irgendwie absurd. Da hast du schon einen Starship, das ist noch nicht mal ein Foto. Dann ist das so eine Zeichnung, die ich noch nicht mal besonders gut finde. Also im Gesicht finde ich die noch nicht mal so gut getroffen. Aber ja, wer hat sich Bock hat, sich das nochmal anzugucken. Ich glaube, das kann man auch schnell googeln, glaube ich. Und das klebte dann bei mir auf der Kinderzimmer-Tür, ne? Das ist übrigens öfters passiert. Also später beim Batman-Film, als der 1989 dann gestartet ist, hatte die Cinema ebenfalls einen illustrierten, beziehungsweise einen gemalten Batman vorne drauf. Also das war damals noch so, vor der Digitalisierung, sage ich jetzt mal, noch so gang und gäbe, dass man sowas mal gerne nachträglich gemalt hat, weil man es entweder nicht in dieser hohen Auflösung vor Ort hatte, um es zu reproduzieren. Und da musste man dann anscheinend nochmal selber dran. Ähnlich wie halt eben diese Plakatmaler, die an Kinos vorne halt am Eingang nochmal dieses Plakat in riesig malen. Ja, und dann ging es halt los. Also damit wurde auch zum ersten Mal so filmemäßig so eine Art Superheldenwelle losgetreten. Einmal ging das los, dass man plötzlich im Kino den Pilotfilm zum unglaublichen Hulk gesehen hat, hier mit Bill Wixby und Lou Faringo. Der wurde hier im Kino gezeigt, es wurde die erste Staffel Spider-Man, also es gab hier nur eine Spider-Man, Nicolas Hammond, die wurde zu drei Kinofilmen verbraten, nämlich Spider-Man. Spider-Man hält die Welt im Atmen, Spider-Man gegen den gelben Drachen. Das war nichts anderes als die komplette erste Staffel von, oder die einzige Staffel Spider-Man. Nicolas Hammond, das wurde hier ins Kino gebracht. Das haben wir alles im Kino gesehen. Und die haben diese ganzen Hongkong- und Italo-Superheldenfilme aus den 60er-Jahren auch wieder ausgegraben. Da gab es ja Ultramann und Sodamann und so weiter. Henning, du hast ja auch schon durchblicken lassen, du bist im Besitz von einigen dieser E-Hapa-Comics. Wie kommt es denn dazu? Weil rein generationstechnisch muss das ja recht früh passiert sein, oder hast du dir die im Nachgang besorgt? Die habe ich im Nachgang noch mal gekauft. Also mir geht es tatsächlich ähnlich wie Gerd. Ich habe ja vorhin gesagt, mein Vater war ein großer Comics-Sammler und der war auch ein noch größerer Flohmarktgänger. Und ich habe tatsächlich extrem viele E-Hapa-Comics als Kind, so ab 5, 6, über Flohmärkte gekauft. Also ich habe auch extrem viel Zeug aus den 70er-Jahren dann gehabt und die sind aber irgendwann mal von meiner Mutter entsorgt worden. Heute kann ich darüber lachen, das tut schon fast weh, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mir dann aber tatsächlich, ich weiß nicht, vor 10 Jahren, als dann die ganze, fast schon 22 Jahre, als dann Ebay so langsam richtig aufkam in Deutschland, habe ich tatsächlich so ein bisschen mir wieder alte Comics nachgekauft. Damals schon so aus Nostalgiegründen, weil ich ein paar davon noch mal haben wollte. Wir sind ja nur drei Jahre auseinander. Wir haben eigentlich, wenn man so will, glaube ich, so einzelne Stationen, glaube ich, gleich mitgemacht. So deine Jugendhelden, also ich habe mir ein paar Mal aufgeschrieben, bei mir war es Pumuckl, also mit denen bin ich aufgewachsen, weiß das nicht, ob das in deiner Area, ob das so wie hier in Bayern auch so beliebt war als Kind. Ja doch, das habe ich schon auch viel geguckt, auf jeden Fall. Da erinnere ich mich sehr bewusst noch an Pumuckl. Lucky Luke war tatsächlich auch einer meiner großen Helden in der Zeit. Besonders auch so das ZDF- und ARD-Programm, das Ferienprogramm, was es gab, hat halt immer viel geboten. Ja! Das war toll. Und so die früheste Heldenfigur, an die ich mich erinnern kann, ist tatsächlich Superman. Ich habe Gummistiefel gehabt, gelbe Gummistiefel. Und da war eben dieser Superman, der oben hier auf diesen Comics in dieser Leiste drin ist, auch vom EHAPA Verlag, war da eben oben abgebildet. Und das waren so meine ersten, das war mein erstes Superhelden-Merchandise so gesehen. Ich kann mich allerdings auch noch an Spider-Man erinnern, dass ich von dem auch in einem Supermarkt in Ingolstadt eine Art von Signalpistole, mit der man irgendwie sein Logo an die Wand projizieren konnte, bekommen habe. Und ich kann mich dann eben dementsprechend auch an diese Spider-Man-Filme erinnern, die man sich in der Videothek ausleihen konnte. Und somit war Spider-Man mein erster Superheld, mit dem ich dann konkret was zu tun hatte. Danach dann natürlich Superman. Bis zu Batman hat es dann auch so eine ganze Zeit gedauert. Henning, warst du Actionfiguren-mäßig als Kind irgendwie unterwegs? Bei mir war es ja He-Man, beziehungsweise Masters of the Universe. Ja, He-Man war ganz krass. Also ich habe gerade immer mit meinen Kindheitshelden nachgedacht, was auch noch auf jeden Fall sehr präsent war, waren so Gummibären-Bande. Disney, das habe ich irgendwie, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und hier habe ich ja vorhin schon gesagt, Comics durch den Vater, das war natürlich dann noch Asterix, Lucky Luke. Benny Bärenstark war auch noch sowas, das ist auch so ein, kennt ihr den? Nee, mir sagt er gar nichts. Okay, das ist ja, ist auch Französisch, ne? Oder Belgisch, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es ein kleiner Junge, der hat dann auch irgendwie, ich glaube der kriegt immer, wenn er Schnupfen hat, kriegt er Superkräfte, oder? Ja, genau. Und dann war das auch so eine Art so Mini-Superman-Verschnitt, fast schon. Also an den kann ich mich noch erinnern. Und dann ist so die erste, He-Man ist dann tatsächlich auch, das ist sehr präsent, weil ich mich immer daran erinnere, in der Grundschule, du hast dich immer extrem beeilt auf dem Heimweg, weil mittags lief He-Man auf, war das Tele 5 damals? Tele 5. Tele 5, ja, genau. Und da war auch immer ganz wichtig, dass man das Intro noch gesehen hat. Also das war ja immer super wichtig als Kind. Das war immer eine Frage dessen, ob man auch im Besitz von Kabelfernseher oder Satellit war. Ja, genau, ja. Wir hatten es lange Zeit nicht, also kein Kabelnetz, das wurde bei uns erst später dann ausgebaut. Das heißt, ihr wart recht früh dann? Ja, ja. Also ich kam mich, ja gut, früh. Also Grundschule, das war dann schon 1990. Ich weiß gar nicht, wann lief He-Man auf Tele 5? Weißt du das aus dem Kopf gerade? Wann das in Deutschland lief, das erste Mal? Aber das Krasse ist, Tele 5 war selber als Sender gar nicht so lange on air. Ich glaube, das war gerade mal vier Jahre. Ja, ja, die gab es nicht lange. Ja, genau. Also Tele 5, also ich habe das erlebt, ich bin 1985 zur Bundeswehr gegangen und da war gerade, glaube ich, RTL Plus relativ etabliert, was wir sogar noch über Antenne nochmal empfangen konnte bei uns in der Gegend, aber das andere noch nicht. Und bei der Bundeswehr habe ich, glaube ich, zum ersten Mal, da hatten wir Kabelfernsehen, da habe ich dann Tele 5 gesehen. Ich glaube, da lief auch dann auch schon He-Man. Also das muss auf jeden Fall, wie gesagt, Grundschulzeit sein. Und ich erinnere mich vorher tatsächlich noch, was sogar vor He-Man auch noch parallel lief, auch war Knight Rider immer. Also an Knight Rider erinnere ich mich extrem früh noch. Das habe ich schon extrem früh als Kind immer geguckt. Also daran erinnere ich mich auf jeden Fall, ja. Ja, das konnte ich nur bei meiner Tante gucken, weil, wie gesagt, selber kein Kabelfernsehen zu der Zeit, aber Knight Rider, auch generell dann, das war ja dann auch so die Zeit mit David Hasselhoff, der Looking for Freedom dann so langsam in die Charts, was dann eben auch kam und, ah, geil, Marshall Brave Star. Ja, Brave Star, aber ja. Galaxy Rangers und Saber Rider fallen mir gerade noch ein. Das waren auch so Serien, die ich immer geguckt habe. Ich sage mal, Ende der 80er Jahre, das war so eine Zeit, wo man eigentlich, finde ich, auch so zum letzten Mal so als junger Erwachsener und mit Kindern und Teenagern auch noch zu Sachen zusammengeguckt hat, weil, das war ja für uns auch so, auch wie gesagt, ich war ja gerade 18, wie ich zur Bundeswehr ging, A-Team, Knight Rider und so weiter, das haben wir auch geguckt, das fanden wir einfach nur genial. Also, wir haben uns jede Woche, wir sind sogar so bescheuert gewesen, es gab ja noch der 6-Millionen-Dollar-Mann. Boah, ja, Milly Majors. Ja, ja, genau. Das fand ich als Kind aber auch so mega geil einfach, also das fand ich richtig geil als Kind. Und das lief ja in Deutschland dann auch erst, glaube ich, auch auf RTL, wie es da kam, aber das war ja schon ein bisschen älter und das konnte man im holländischen Fernsehen schauen, auf Englisch mit holländischen Untertiteln. Und wir wohnten in Düren, näher Aachen, also nah an der Grenze, und wenn man die Zimmerantenne aus dem Fenster hielt, konnten wir halt Holland 1 empfangen, wo der 6-Millionen-Dollar-Mann lief. Und, was da auch schon in Holland war, MTV, das kannten wir ja auch noch nicht. Das war ja hier so, die ganzen Musikvideos hier, wir hatten ja nur so Formel 1 so einmal die Woche hier und da waren wir ja schon total begeistert hier, und da haben wir uns dann immer, erst der 6-Millionen-Dollar-Mann, da kamen eine dreifache Stunde MTV, so Newest Clips, nannten die das da in Holland, mit den ganzen Videoclips halt, damit wir das sehen konnten, ja. Ach ja, das waren auch schöne Zeiten. Dann ist aber tatsächlich, Batman und Superman sind dann schon sehr, sehr früh präsent. Also ich weiß tatsächlich, dass das bei meiner Einschulung schon so war. Ich habe zu meiner Einschulung, das muss 89 oder 90 gewesen sein, habe ich tatsächlich auch schon erste Figuren von dem Burton-Batman-Film gekriegt, die damals rauskamen. Gut, das war ja auch schon zu dem Zeitpunkt, ich sag mal so, die Comics waren ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt etabliert. Also ich sag mal, Superman, der Film hat eigentlich dafür gesorgt, dass dieser DC-Kosmos sich in Deutschland fest etabliert hatte. Nach Superman, der Film, hat IH-Paar noch mehr Serien rausgebracht und auch noch mehr Batman-Sachen rausgebracht. Also da hat sich das dann langsam entwickelt, dass man halt also auch die DC-Helden halt hier in Deutschland so wahrgenommen hat in der Form. Umso faszinierender, dass das bei mir nicht der Fall war. Auch wenn die IH-Paar-Comics bei mir zu Hause auch Einzug gefunden haben und das eigentlich nur, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt damals Zeitungen ausgefahren hat nachts, um noch zusätzlich Geld zu verdienen, sind dann auch immer die Superman-Comics dann bei mir zu Hause gelandet. Und sie haben zwar immer dieses Batman-Logo drauf gehabt, aber wie schon vorher gesagt, es mussten nicht zwanghaft Batman-Stories mit drin gewesen sein. Und ich hab anscheinend immer nur die Comics bekommen, in denen kein Batman mit drin war. Das ist bitter, Bernd, das ist wirklich bitter. Und so war es dann leider auch, dass, was heißt leider, aber so wie es ja viele eben auch sagen, der erste Kontakt mit Batman ja dann erst im ZDF stattfand mit dem Wunschfilm. Dieses berühmte, drei Filme stehen zur Auswahl, die Zuschauer können anrufen und ja, wer die meisten Anrufe dann eben hat, der wird ausgestrahlt. Und das war dann am 25. Juli 1987. 1,6 Millionen Leute haben für den Film angerufen. Du wahrscheinlich hundertmal. Tatsächlich, ich bin zu meiner Oma rübergeradelt, hab da angerufen, bin wieder zurückgefahren, hab dann da nochmal telefoniert und dann wieder bei der Oma. Ich wollte unbedingt diesen Film sehen. Und das nur war in einer Hör zu, also dieser Programmzeitschrift, eine Abbildung war von diesen maskierten Typen mit seinem Schützling, der auch eben diese Maske aufhatte und halt eben Man mit drin stand. Und ich meine, ich war vorher Fan von He-Man, Spider-Man und dann eben auch, wen gab es denn da noch? Condor-Man. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern? Diesen Disney-Film? Disney-Film, Condor-Man, ja. Und man nimmt ja als Kind sowas wahnsinnig ernst und war ganz fasziniert von diesem ganzen Man-Gedöns und diesen übernatürlichen, starken Gestalten. Ich meine, das kann man bestimmt psychologisch auch hinterfragen, warum man, woher diese Historie kommt, dass man auch auf diese Figuren dann so steht. Und da wollte ich unbedingt diesen Film sehen. Batman hält die Welt in Atem. Ja, und ich war auch hin und weg von dem Film. Also das war ein großartiger Film. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich danach sind wir auf, ich glaube, das war irgendwie so ein Kirchenausflug, wo man dann irgendwie so übers Wochenende dann mal weiter weg von zu Hause war. Und da haben sich die Kinder auch schon über diesen Batman unterhalten. Und ich weiß noch, wie ich gelogen habe. Ganz schlimm, weil mich jemand gefragt hat. Ich frage mich ja, wie Batman und Robin zusammengefunden haben. Und ich mir dann irgendeine Geschichte ausgedacht habe, wie eben Bruce Wayne zu Batman wurde und wie Batman und Robin dann zusammengefunden haben. Weil im Film selber wurde das ja nicht erklärt. Und habe dann auch irgendwie mir was erlogen von wegen, ja, da wurde das Bild dann ganz schlecht und so weiter. Das konnte man dann nicht mehr sehen, wie die zwei dann zusammengefunden haben. Ja, aber ab dem Moment war es dann eigentlich auch um mich dann geschehen. Ich war Batman-Fan. Und das muss recht lange gehalten haben, weil wie gesagt von 87 bis zu 89, als dann eben der Tim Burton Batman-Film ins Kino kam, da ist ja doch noch einige Zeit ins Land gestrichen. Und ja, wenn man das so ein bisschen medizinisch betrachtet, wissen das vielleicht die einen oder anderen. Die Frontlappen bei Kindern sind ja da noch nicht voll ausgebildet. Dementsprechend empfindet man bestimmte Zeitabstände für viel länger, als sie eigentlich waren. Ja, natürlich. Das ist natürlich für ein Kind, kann es entweder grausam sein oder du kannst dich ewig lang im schönsten Moment suhlen, den du als Kind haben kannst. Genau, also von dem her, das war meine Überbrückung und dann eben auch der große Kontakt von Batman und Deutschland. Also Batman hält die Welt in Atem im Fernsehen für, sagen wir mal, gewillte 1,6 Millionen Zuschauer, die den Film sehen wollten. Die Serie kam doch noch vor dem Kinofilm auf Sat.1, oder? Ja, ja. Der Batman-Kinofilm kam am 26. Oktober und am 1. Oktober 89 wurde es auf Sat.1 ausgestrahlt. Für mich ganz schlimm, weil mein Nachbar hatte schon Kabelfernsehen. Ich selber hatte es nicht und der Thomas Martin hat mir versprochen, dass ich zu ihm rüberkommen darf, um mit ihm am 1.10. die erste Batman-Folge zu gucken. Ich weiß noch, wie ich im Garten stand und auf ihn gewartet habe, bis er rüberkommt und mich dann eben abholt. Und er kam halt einfach nicht. So konnte ich dann eben die erste Batman-Folge auf Sat.1 nicht gucken. Wenig später haben wir dann tatsächlich auch was Kabelfernsehen bekommen, aber das war schon so ein bisschen dramatisch, muss ich sagen. Das hörte sich jetzt schon so an, wie jetzt da ist eine Kindheitsfreundschaft zerbrochen. Aber tatsächlich, das ist interessant, weil du vorhin gesagt hast, wir haben wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich. Das ist bei mir tatsächlich genauso. Also ich weiß, dass ich diesen Film, das hat meine Mutter mir erzählt, ich habe da keinem Bewusstsein mehr dran, aber Batman-Helt-Die-Welt-In-Atem habe ich das erste Mal auf jeden Fall im Fernsehen gesehen. Das muss diese Ausstrahlung damals gewesen sein, wo es der Wunschfilm war. Weil an die Serie kann ich mich dann auch sehr bewusst erinnern, weil da war ich dann auch schon 5, 6. Da kann ich mich auf jeden Fall noch sehr gut dran erinnern, weil das war für mich dann tatsächlich auch irgendwie, als sich alles gedreht. Da gab es ja dann auch irgendwie noch Malbücher und zu der Serie und was es da sonst noch alles gab. Ich glaube, das kam ja alles in dem Zuge der Batman ja dann auch alles auf den Markt. Und da habe ich halt wirklich extrem viel gehabt. Was ich dann auch noch hatte, das muss auch irgendwie in 1988 oder so gewesen sein, da gab es schon diese Toy-Biss-Figuren, ne? Ja. Die haben ein paar Comic-Figuren rausgebracht. Wenn die diese Super-Powers-Reihe rausgebracht haben in Deutschland, dann ja. Ja, das meine ich. Die habe ich nämlich damals in einem Urlaub, da waren wir in Griechenland im Urlaub und die gab es dort nämlich. Und die habe ich nämlich gekauft. Es gibt nämlich Fotos von mir, wo ich als 4- oder 5-Jähriger an irgendeinem Restauranttisch sitze und habe diesen Robin und mache da gerade diesen Handkantenschlag. Da konntest du oben den Arm so arretieren und konntest hinten so einen Knopf drücken und hat ja so einen Karate-Schlag gemacht. Und da gab es ja irgendwie Pinguin, Riddler gab es auf jeden Fall und diesen klassischen Comic-Outfits, ne? Ja, an die erinnere ich mich nämlich auch noch ziemlich genau an die Figuren. Aber das ist schon interessant, ne? Das ist Batman hält die Welt im Atem, habe ich dann 1980 im Kino gesehen, da war Mutter halt re-released im Zuge dieser Superheldenwelle. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich erstmal weniger Interesse an die Figur hatte, weil ich von dem Film so maßlos enttäuscht war. Weil ich ja schon die Comics kannte und dass mit den Comics halt eine sehr ernste und düstere Geschichte war. Und wie gesagt, weil er hat er, fing gerade an mit dem Neil Adams Run, der so genial war und der ein sehr ernster, erwachsener, düsterer Batman ist. Und dann habe ich diesen Film gesehen, ne? Und da war ich bitter enttäuscht von, ne? Weil ich das einfach überhaupt nicht zusammenbringen konnte, ne? Das mit dieser Figur, die ich aus diesem Comic kannte, ne? Und das hat dafür gesorgt, dass mich die Figur dann erstmal eine Zeit lang tatsächlich weniger interessiert hat, beziehungsweise fing ich in dem Alter dann an, mich plötzlich für andere Comics zu interessieren. Und zwar war das halt, ähm, Kronen der Barbar. Aha. Eigentlich ist es eine Comic-Lizenz, die verfilmt worden ist. Nämlich von Marvel, die die Comics rausbrachte. Und ich habe damals am Bahnhofskirch eine Zeitschrift entdeckt, die kam aus Österreich, die nannte sich Comic Forum. Ja, eine Zeitschrift, die sich nur mit Comics beschäftigte. Sah aus wie selbstkopiert, ne? Mit dem schlechten Vierfarbcover, aber über 150 Seiten stark. Und ich habe zum ersten Mal da gelesen, was es überhaupt an Comics gab. Und da fing ich halt an, erstmal so franco-belgische Comics zusammen und auch hier so Sachen wie Schwermetall oder amerikanischen Ausgaben. Und das ging dann auch wirklich so bis 88, bis dann halt plötzlich Carlson ankündigt, wieder Superhelden rauszubringen. Das war ja so die erste Ankündigung, die Carlson 88 gemacht hat, dass sie wohl mit DC verhandeln. Und in den 80ern machten ja dann auch die ersten Comicbuchläden in Deutschland auf. Ich sag mal, wo man dann auch endlich mal sehen konnte, was es an Amerika so alles gab. Ja, und da habe ich da alles mögliche gekauft. Aber vor allem habe ich Conan Comics von John Baskeman gekauft, ne? Weil, war einfach faszinierend für mich in dem Moment. Du warst enttäuscht vom Batman hält die Welt in Atem. Übrigens wusste ich nie, was dieses in Atem bedeutet. Ob das irgendwas mit Athen zu tun hat oder Atem oder ... Also mir war das als Titel tatsächlich nicht klar. Aber natürlich warst du auch in einem komplett anderen Alter, ne? Also selbst 1980, da warst du ja ... Ja, 14, ne? Also wurde ich 14. Ich wusste, dass es diesen Film gab. Das war mir ja klar. So, dann sieht man Superman. Das war eine ernsthafte Comicverfilmung. Ich habe natürlich erwartet, dass man Batman ähnlich umgesetzt hätte, dementsprechend. Und da kam halt diese Karlauer. Und dazu kam natürlich noch diese ganze Geschichte damit. Und auch mit diesen Sprechblasen im Bild und so weiter. Ja, der sah ja noch nicht mal aus wie Batman, der Typ. Der Typ sah aus wie ein Typ ... Für uns schon. Für uns schon. Ich wollte es gerade sagen. In unseren kindlichen, ungetrübten Augen war das einfach Batman. Ja, klar. Und für mich war das einfach ein hagerer Typ in der Strumpfhose, ne? Mit Satinüberhosen. Weil Christopher Reeve hatte immerhin sich 20 Kilo antrainiert und sah halt auch aus wie ein Mann aus Stahl. Aber, ähm ... Das war für mich zum Beispiel als Kind, war das überhaupt kein Problem. Ja, eben. Also, dass der in den Comics anders ausgesehen hat als in der Serie. Und auch diese Serie ... Du hast ja tatsächlich diese ganze parodistische Meta-Ebene. Die hast du ja gar nicht verstanden. Also, ich habe diese Serie komplett ernst genommen als Kind einfach. Also, das war bierernst, was da stattgefunden hat. Also, ich habe ja zum Beispiel als Kind überhaupt nicht gecheckt, dass diese Batman-Serie ja zum damaligen Zeitpunkt ja schon ... Die hatte ja schon fast ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel. Also, die war ja schon ... Die war ja aus ... Ich meine, von 1966. Die lief dann bei uns 1989. Das sind 23 Jahre. Das hast du als Kind überhaupt nicht registriert, ne? Oder, Bernd, wie ging das dir denn als Kind? Hast du das irgendwie gecheckt, dass das eine Serie ist, die eigentlich schon 20 Jahre alt ist? Nee. Also, ich glaube, da ist auch die deutsche Synchro ... Ist das der Verdienst der deutschen Synchro? Weil sie kam relativ hip daher, weil sie hat sich endlich getraut, und wir haben vorher schon drüber gesprochen, Namen einfach auch im Englischen zu belassen. Mr. Freeze war Mr. Freeze. So was hätte man sich Jahre vorher nicht vorstellen können. Und ich wusste zwar, dass es diesen Batman-Held die Welt im Atemfilm gab. Natürlich, der Film hat mich zum Batman-Fan gemacht. Aber wenn man sich auch heute noch mal die alte Synchro aus den 60er-Jahren gegen die Deutsche hält, dann kam das in diesem hippen Privatfernsehen, also in dem Fall Sat.1, natürlich noch mal komplett anders daher. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass es eine angestaubte alte Serie gewesen wäre, sondern sie hat schon so die Sprache von dem damaligen Zeitgeist eben gesprochen. Und das fand ich ganz faszinierend. Jetzt auch im Nachhinein, wie du sagst, ich hätte es damals nicht zeitlich einordnen wollen. Haben die nicht damals in dem Film das sogar auch wieder die Namen eingedeutscht? Hieß ja nicht Kettum und sogar das Katzenbeut. In dem Film ist das so, ja. Der Rätselknacker. Der Pinguin-Mann. Ja. Und Gotham. Gotham, ja. Und ab dem Moment hat man sich auch an diese ganzen Namen dann auch gewöhnt. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob nicht der Name Batcave auch tatsächlich aus der Serie stammt. Mich hat die schon geprägt in dem Moment auch, durch was die ganzen Namen der Figuren anging. Und auch, dass alles auf Englisch ausgesprochen wurde, was auf Englisch, ja, auch ursprünglich Englisch war. Was interessant ist, ist aber, dass in diesem Jahrzehnt dann auch dieser Comic-Markt in Deutschland kollabiert ist mit den Superhelden. Das darf man auch nicht vergessen. Also, eHapa hat ja dann tatsächlich nach, wie gesagt, 20 Jahren, ich glaube, 88, ja dann auch ihr Programm einfach mal eingestellt. Also, keine Ankündigung, gar nichts. Nee, ja, die haben noch rausgebracht als Miniserie den Reboot von John Byrne, als Der Mann aus Stahl. Das haben sie noch rausgebracht, was heute eine gesuchte Rarität ist, wenn man die Einzelhefte hat. Und dann haben die sang- und klanglos von einer Woche auf der anderen eingestellt. Also, man wusste gar nicht, was los war. Ich muss mich noch mal korrigieren. Tatsächlich, die reguläre Reihe lief ja bis 85, also tatsächlich Mitte der 80er Jahre. Und von dem ich hier und da dann noch gezerrt habe, waren ja tatsächlich so die kleinen Nachbeben. Also, die Taschenbücher haben die ja noch bis 88 rausgebracht und auf den Markt geschmissen. Aber ich weiß nicht, ob es da so viel Konkurrenz, zumindest auf dem Heftsektor gab. Ich meine, Williams war immer noch unterwegs mit die Spinne und den Fantastischen Vier und die ruhmreichen Rächer und der mächtige Tor. Aber auch die sind kurz danach aber auch in Sinne waren. Weil da hat Condor ja dann übernommen, wie gesagt, mit die Spinne genannten Spider-Man. Wo die das plötzlich in Taschenbücher und Alben... Irgendwas muss da passieren. Ich glaube einfach, vielleicht war es auch zu viel. Zumindest hat Ehaber ja noch später auch noch Sachen rausgebracht. Sie sind ja noch bei Batman geblieben dann auch. Zwar im Prestige-Bereich, aber sie sind noch am Batman drangeblieben. Das war die große Durststrecke, eigentlich bis 89. Wo dann auch Superhelden-Comic-mäßig in Deutschland erstmal wieder Mau war. Das stimmt. Ich hätte nämlich eigentlich sonst gesagt, da hat sich eigentlich die eine Hand die andere gegeben. Aber du hast recht. Von Mitte der 80er bis dann eben 89, als dann eben Hedke kam, die dann, glaube ich, schon am Anfang des Jahres dann schon so die Batman-Klassiker rausgebracht hat. Ich nenne es jetzt mal so, da waren ja Sachen mit dabei, wie Batman-Sohn des Dämons oder die Ra's al Ghul-Reihe, der Kult. Das hat natürlich alles ein bisschen auch davon gelebt, dass eben dann der Tim Burton-Batman-Film kam. 89. Und man muss sagen, auch bis dahin, Gerd, auch wenn du wahrscheinlich etwas länger Comics gelesen hast, Comics waren eine Nischengeschichte. Ja. Selbst eine Figur wie Batman war weiterhin eine Nischengeschichte. Also sie hatte jetzt nicht die Tragweite wie in den USA, dass da mehr oder weniger jeder diese Figuren kannte. Und dann musste in Deutschland einen Film starten, der sich Batman nannte, der hauptsächlich mit einem Logo, mit einer gigantischen Fledermaus in einem Oval auskam, was meine Oma immer gerne als kaputtes Kindergebiss gesehen hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich stand im Super 2000 in meinem Heimatdorf, in der Zeitschriftenabteilung. Und es muss ein Musikmagazin gewesen sein. Und da war eben die Abbildung von einem illustrierten Batman vom Sohn des Dämons. Dieses Cover, wo Batman mit dieser Faust dasteht, in blau. Ja. Und ich blätter es auf und sehe, okay, ein Batman-Film ist in Planung und sehe, glaube ich, das erste Bild von Bruce Wayne. Und das war, glaube ich, für mich in dem Moment, das war, ich war schockverliebt in dem Moment. Jetzt nicht in Michael Keaton. Aber in dieser Abbildung, in einem Bruce Wayne, dessen Haare durch den Wind irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so vor Wayne Männer stand. Und es war für mich eine Abbildung von einem völlig realistischen Batman, von einem ernsten Film. Und für jemanden, der nur Batman hält die Welt im Atem vorher gesehen hatte und jetzt diese ernsthafte Übersetzung sieht. Und ich glaube, es war auch noch ein Bild von Batman da, wie er eben in seinem schwarzen Anzug dastand. Nee. War nicht das? Nein, weil das ist nämlich das Interessante, weil diese ganze Marketing-Kampagne war, bis zum Kinostart hat man in Deutschland Batman nicht gesehen. Erst wie der Film im Kino gestartet war, nachdem er also schon gelaufen ist, wurden die Bilder von Michael Keaton als Batman veröffentlicht. Also ich glaube zwar schon, dass man hier und da ein bisschen mehr gesehen hat, weil natürlich auch meine Informationsquelle Nummer 1 für diesen Film dann eben die Bravo war. Mal abgesehen, neben Liebe, Sechs und Zärtlichkeiten, war das meine Informationsquelle schon seit, ich glaube, Alf und Knight Rider für alles Mögliche. Alf. Ja, Alf, ja, Alf. Und ich hatte auch den David-Hesloff-Starschnitt im Frisierzimmer meiner Mutter hängen. Musst du dich nicht für schämen. Aber da habe ich dann erfahren, was da gerade so los ist in den USA. Und auch in dem Fall, glaube ich, hat man das als einen viel längeren Zeitraum in Erinnerung, als es wirklich war. Weil der Film lief ja im Juni in den USA an, im Oktober dann bei uns. Ich glaube, wir hatten ja noch eine Wende irgendwo dazwischen. Von dem her konnte die Bravo natürlich von den Informationen aus den USA ja dann schon zerren letztendlich. Und, oh mein Gott, ich war halt so gebannt auf diesen Film letztendlich und so gespannt auf ihn letztendlich. Ja, nicht nur du. Also wahrscheinlich wie dein Superman-Erlebnis damals war das dann halt eben, dass für mich im Fernsehen liefen die Spots, in denen es dann eben hieß, der wahre Batman. Weil sich der deutsche Markt natürlich bewusst war, dass die Adam-West-Serie gleichzeitig lief. Und das war dann eben diese Einstellung wie im Glockenturm. Und dann fuhr die Kamera auf das Batman-Gesicht zu und dann hieß es, der wahre Batman. Und auf Tele 5 liefen dann so die ersten Ausschnitte. Michael Keaton kam dann zu Thomas Gottschalk in Nasowas dann eben. Und dann haben sie eben auch zwei Ausschnitte gezeigt. Alles aufgenommen, auch VHS natürlich. Und immer und immer wieder angeguckt. Und ich habe sogar mit meiner Schwester nachgespielt. Das weiß ich noch. Die Szene, wie Jack Napier hochgehoben wird vom Batman. Und Jack Napier dann eben sagt, oh mein Gott, nein. Und ah, toll, 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 toll. Habe dann auch mein erstes Merchandise bekommen. Weil die Geschäfte wurden ja schon im Sommer dann eben mit Batman-Logos ausgestattet. In dem Fall war es ein T-Shirt, was mir viel zu groß war. Es ist Größe M, ist mir heute zu klein. Und bin damit durch den Garten gerannt und hatte noch eine Badehose auf den Kopf aufgezogen und ein Handtuch auf dem Rücken und bin dann halt eben als Batman im Sommer 1989 durch den Garten gelaufen. Bei mir war das auch so, das war auch so, das ist dann im Sommer, ist ja dann auch hier der Soundtrack von Prinz veröffentlicht worden, den ich mir selbstverständlich sofort die CD geholt habe. Meine erste Platte. Das war meine, das nicht unbedingt, es war eine CD, aber ich habe sie mir am Erscheinungstag geholt, einfach auch wegen den paar Bildchen, die im Inlay drauf waren, dass man wieder was zu sehen bekommen hat. Was ich aber auch sagen muss, du sagst so Erweckungserlebnisse, aber das hatte der Film bei mir auch, weil der hat das eigentlich auch genau gemacht wie Superman, der Film. Allein der Vorspann, diese Fahrt durch diesem Logo, das war so ein einschneidendes Erlebnis wieder, wie ich das auch seit Superman nicht mehr gesehen hatte, in der Form. Deswegen muss ich sagen, Tim Burton, da alles richtig gemacht. Und die Vermarktungsabteilung auf jeden Fall aus den USA auch. Also was da losgetreten worden ist, also viele Leute meinen ja, dass der da Hype um Dark Knight schon groß war. Aber das war ja nichts, selbst hier in Deutschland nichts im Vergleich zu dem. In Deutschland konnte man nur nichts damit anfangen, weil die Figur selber bei den Erwachsenen, bei der älteren Generation überhaupt nicht verankert war. Da waren wir Kinder schon näher dran. Aber im Gegensatz zu den Amerikanern wurde es wirklich schon über Generationen eine bekannte Figur, ein bekanntes Logo, eine bekannte Marke war. Und damals auch schon mehr als jetzt nur, in Anführungszeichen nur eine Comicfigur, hatte man in Deutschland gar nichts. Man musste das hier reindrücken. Also man musste es zum Erfolg machen. Ich glaube, das war damals auch ein Zitat aus dem Presse-Event. Der Film muss erfolgreich werden. Das war der erste künstlich erzeugte Blockbuster, so zu sehen. Also einen, den man erzwingen wollte, erfolgreich zu sein. In den USA wie auch hier. Und für mich als Kind natürlich überhaupt nicht, kam das ja nicht unbegründet daher. Aber die Umwelt, und das habe ich dann schon mitbekommen, war dem Film sehr skeptisch gegenüber. Sei es jetzt in den Kritiken, die dann im Fernsehen zu hören waren, die Massenproduktion an Merchandise, was auch in Deutschland erhältlich war, dass das durch die Medien verulgt und ... Genschman. Genschman, ja. Genschman oder, ich weiß nicht, kennt ihr noch Jörg Knöhr? Ja, richtig. Jörg Knöhr war ja ein Komiker, der ja die Leute, wie nennt man das, wenn man jemandem stimmlich nachmacht? Imitiert. Imitiert, ja. Stimmelimitator. Genau, richtig. Und der hatte dann auch den Gagman rausgebracht. Also das war dann so das Batman-Symbol als Ente. Ach, Henning, wir haben es ja erst vor einiger Zeit ja dann mal wieder gehört, hier den ... Was war das denn? Du meinst diesen Song, dieses Lied, meinst du dieses Schlage-Eske-Lied? Ja, ich weiß gar nicht. Was war das denn noch mal? Ach ja, Bad Max vom Fledermaus-Haus. Ja, mit diesem sensationellen Refrat. Jeder hat eine Fledermaus im Haus. Und, 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 jeder, jeder, jeder hat eine Fledermaus im Haus. Fledermaus im Haus. Fledermaus im Haus. Die eine, die heißt Batman. Die andere, die heißt Klaus im Haus. Die Fledermaus muss raus. Sensationell. Aus gematechnischen Gründen können wir das hier nicht einbauen, aber kann gerne auf YouTube gesucht werden. Meine Güte, meine Güte. Ja, es war schon erschreckend. Was auch schlimm war, die hatten ja mit den Büchern zum Film schon vor Kinostart den Verkauf bekommen. Also man konnte den Roman zum Film und wie eine Woche vorher kaufen. Ja, ich glaube auch den Comic zum Film, den eben Hedger rausgebracht hat. Den Comic zum Film auch. Und ich hatte mir beides gekauft. Und ich habe mich echt gezwungen, das liegen zu lassen. Das war eine Woche lang, das war so ungefähr wie ein Junkie, der auf Entzug war, weil ich immer wieder davor rumgetigert bin. Lies es dir doch jetzt schon durch. Und ich wollte mir diesen Film halt einfach nicht verderben. und habe es dann auch wirklich ausgehalten bis zum Kino. Ich war so am ersten Tag in der ersten Vorstellung mit meinem besten Freund drin. Ich war begeistert. Mein Freund meinte eher, naja, ging so. Ja, wie gesagt, bleiben wir nochmal so ein bisschen bei dem Medienhype, bei der Welle, die ausgelöst wurde. Also, Frank Zander hatte ja damals diesen Kurt-Hit. Ja. Hier kommt Kurt. Und hatte ja auch selbst da drin dann noch die Textzeile Batman ist ein Pausenfüller. Ja, richtig. Man hat Batman dann auch dafür benutzt, CDs zu verkaufen, obwohl es überhaupt nichts mit Batman zu tun hat. Also, das war Batman präsentiert die Power-Hits. Mit Hits drauf wie Pump Up The Jam von Technotronic oder Ride On Time und Black Box. Also, es war wirklich omnipräsent. Also, man konnte irgendwann nicht mehr sagen, man kennt Batman nicht. Und dementsprechend waren aber auch die Erwartungen an den Film enorm hoch. Bei dem Bad Dance kann man vielleicht auch noch sagen, dass der ja, ich glaube, in Österreich war er auf Platz 17 und in Deutschland sogar auf Platz 10. Und der wurde schon im Juli, glaube ich, veröffentlicht. Und irgendwie hat versucht, alles voneinander irgendwie zu profitieren. Die mussten die drei Monate einfach überbrücken. Vom US-Kinostart bis zum Deutschen. Da mussten die diesen Hype hochhalten, weil die auch wahrscheinlich Angst hatten, dass der Hype sonst nicht anhält. Also, ich denke mal, das war mit ein Grund dafür. Wie du schon gesagt hast, das muss auch in Deutschland ein Erfolg werden. Dass da einfach knallhart alles gemacht worden ist, um diesen Film bis Oktober im Gespräch zu halten. Ja. Henning, hast du was davon mitbekommen? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ob ich diesen Film im Kino gesehen habe. Wenn ich den im Kino gesehen habe, kann das nur damals mit meinem Stiefvater im Autokino gewesen sein. Weil ich glaube, der Film war auch ab 12, ne? Ja. Ja gut, ich war damals ja noch nicht 12. Also, wenn, haben wir den da geguckt. Weil da habe ich auch den ersten Turtles-Film irgendwie gesehen. Und ich kann mich aber, warum ich bei dem Hype erinnere, ich mich nur darum, weil ich halt mega viel Kram einfach hatte. Also, ob das jetzt eine Wäschetonne war, ob das Kissen waren. Also, vorher gab es das, also, vorher hatte ich so eine Phase, wo alles von Alf war. Weil bei Alf haben sie es ähnlich gemacht. Also, Alf war ja auch so ein Produkt, wo du es im Merch ja überschwemmst quasi. Also, da gab es ja Zahnbürsten, wo Alf drauf war. Also, von Alf hatte ich auch tausend Sachen. Waschlappen, Handtücher. Die Pieper sinkt. Ja, genau. Also, ich fand, das war so ein Vorläufer. Also, da haben sie das ähnlich gemacht. Weil Alf lief ja auch gar nicht so lange, ne? Vier Jahre oder so, die Serie? Ja, ja, vier Jahre, die Serie. An sich selbst. Aber bei Batman war es dann auch heftig. Also, da war dann wirklich, da kann ich mich daran erinnern, dass ich auf jeden Fall extrem viel Kram hatte. Aber auch da wieder so diese Verknüpfung. Eigentlich war Adam Wests Batman. Das war so mein Weg da rein. Und ich hatte über diesen Tim Burton-Batman-Film, ich kann mich nicht daran erinnern, also damals war ich 5, 6. Also, viel Informationen dürfte ich über den Film jetzt nicht gehabt haben. Aber ich habe halt diese Merch-Welle. Da bin ich halt voll mitgegangen. Was auch interessant war, das war halt dann im Juli 89, hat dann Carlson angekündigt, dass sie halt DC-Helden bringen in ihrer Edition Kunst der Comics. Und ich glaube, bei den deutschen Kritikern ist der Film deswegen nicht so gut angekommen, weil das Kontraprodukt lieferbar. Carlson hat, glaube ich, im September 89, dann sind Dark Knight Returns von Frank Miller veröffentlicht. Das stimmt. Das ist, glaube ich, der erste Comic von Carlson, der innerhalb von zwei Tagen in der Erstauflage ausverkauft war. Wir hatten beim Kinostart, waren die schon bei der fünften oder sechsten Auflage angelangt hier, weil das so ein Hype ausgelöst hat. Aber dieses Comic war natürlich was ganz anderes als dieser Film. Naja, so ganz anders war es ja nicht. Also eigentlich war das ja, also es war ja was anderes gewesen als Batman hält die Welt im Atem. Ja, klar. Aber ich meine, da findet sich schon das ein oder andere, was sich dann eben im Burton-Film auch findet, auf, ja klar, nicht in dieser Dramatik und Drastik, aber es ist der dunkle Batman. Und ich weiß nicht, ob das das Publikum damals so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat, dass die irgendwie eine bunte Superhelden-Verfilmung erwartet haben und dann letztendlich dann dieses, ja dann doch recht düstere Helden-Abenteuer bekommen haben, was jetzt heute nichts mehr Besonderes ist letztendlich. Also rein filmisch gesehen. Aber dann, glaube ich, für seine damalige Zeit dann doch etwas, was man jetzt nicht erwartet hätte. Ich meine, wir sprechen hier von Zeiten da, weiß ich nicht, war Superman die Benchmark für eine Superhelden-Darstellung und Indiana Jones gab es und Star Wars gab es und das war halt dann doch mal eine irgendwie andere Nummer. und gleichzeitig haben sich die Leute wahrscheinlich irgendwie auch eine Hiobsbotschaft durch den Film erwartet, weil er natürlich so gepowert wurde und so gepusht wurde, dass jeder gedacht hat, der Film muss ja jetzt auch qualitativ alles einreißen, was es nur gibt. Ich glaube, das wollte man wahrscheinlich gar nicht, konnte man gar nicht mehr durch den Hype erkennen, was der für Qualitäten hat und der Film hat Qualitäten. Der hat sicherlich noch seine Schwächen, aber der hat auch jedem, und die Qualitäten, sag ich mal, überwiegen seine Schwächen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war einfach das, was die Leute dann nicht mehr akzeptieren konnten, weil man halt einfach dieses Vordergründige genommen hat und das als Maß aller Dinge genommen hat und gar nicht erkannt hat. Ich weiß, ein Kritikpunkt, das war ja auch bei meinem Freundeskreis, wieso ist das ein Batman-Film? Der ist ja kaum zu sehen. Ja, stimmt. Weil ausschlaggebend wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht der Grund gewesen sein, warum der Film nicht so gut angenommen wurde in Deutschland. Der ist ja auch tatsächlich dann recht schnell eingesackt, nachdem er dann auch gestartet ist und dann ist auch, die Enttäuschungen wurden in den Medien breit getreten, eben was die Kritiken anging. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Jochen Bendel auf Tele 5 dann ihm seine Filmkritik abgegeben hat und er hat dann gesagt, ab dem Moment, als Batman dann eben seinen Umhang hochhob und dann die Fledermäuse empor kam, das war die Szene mit Vicky Vale, wo sie dann später auf ihrem Bett aufwacht und dann ihren Fotofilm vermisst, dass er eingeschlafen wäre in dem Moment. Und selbst bei meinem eigenen Kinobesuch und ich war mit meiner Mama damals im Kino, waren Leute im Kino, die dann langweilig reingerufen hatten, wahrscheinlich alles ein bisschen durch den Hype angestachelt und sich sonst was erwartet von dem Film. Ich selber, ich fand es sensationell. Klar, bin auch seit dem Film ja ununterbrochen Batman-Fan und habe mich trotzdem weiterhin aufs Merchandise dann eben gestürzt. Also für mich hat sich das nämlich zum Mekka entwickelt, besonders, weil Gerd ja noch erzählt hat, hier die Rückkehr des Dunklen Ritters zum Beispiel und lag dann bei uns für 5 D-Mark aus. Ja. Eigentlich 30 D-Mark kostend, jetzt 5 D-Mark, weil der Film eben nicht so eingeschlagen hat. Und das ganze Merchandise musste natürlich auch raus und ich glaube, es ist eine deutsche Firma, die Firma Bulli, ich glaube inzwischen heißt sie Bulli-Land. Ja, ja. Die hatten, glaube ich, so das größte Spektrum an Batman-Merchandise. Die hatten Taschen, Figuren, Aufkleber, Kleidungsstücke hatten sie sogar und vielleicht kennt der ein oder andere noch diese Bulli-Figuren, in der Batman eben diesen Arm hochstreckt, ähnlich wie Superman, als würde er gleich fliegen wollen. Gläser haben die rausgebracht, die hatten Schlüsselanhänger, Noch und Löcher, Krawatten, Anstecknadeln, das Logo in x verschiedenen Werbemitteln, ein Schal, eine Tüte, ein... Es gab doch sogar Batman-Kondome, ne? Das sind meine Schönste auch gegeben. Ich habe nie eins gesehen, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das ein amerikanischer Mythos ist, dass es Batman-Kondome gab. In Deutschland habe ich nie eins gesehen. Ich habe nie eins gegoogelt, muss ich sagen. Man findet hier nur gebrauchte. Ja, heute gibt es welche. Aber ob es die damals gegeben hat, keine Ahnung. Ansonsten hatte ich dann noch den offiziellen Bildband zum Film. Ich glaube, den dürften eh die meisten Fans haben, genauso wie E-Hapa auch noch mal ein extra Special zum Film rausgebracht hat. Die Taschenbücher von E-Hapa wurden dann... Bei uns war es der Woolworth oder wie man damals Wollwort noch gesagt hat, lagen da die Sachen aus. Ich hatte damals einen Amstrad CPC 464 mit grünen Monochrom-Bildschirmen und hatte dafür eben dieses Spiel von Ocean auf einer Datasette. Also da musste man eine halbe Stunde warten, bis man ein Spiel endlich spielen konnte. Aber ich bin auch nie über den ersten Level hinausgekommen. So hartnäckig ich auch war. Irgendwann wurde es mit dem Batmobil dann doch zu schwierig. Das zieht sich durch unser Leben. Manche Sachen erlernen sich nie, Bernd. Ich wollte gerade sagen, das zieht sich durch unser Leben. Ich habe nie diesen kausalen Zusammenhang erkannt. Oh Gott, jetzt weiß ich es. Okay. Na gut. Also ich hatte einen Bausatz von... Ich glaube, AMT heißt die Firma, in der man dann das Batmobil zusammenbauen kann. Ich hatte den Roman zum Film. Ich hatte Hosenträger. Ich hatte später dann ja natürlich noch das Gameboy-Spiel und das fürs NES dann auch noch das Batman-Spiel. Großartige Spiele im Übrigen. So ein Kartenspiel, Poker gegen Joker nannte sich das. Dann die Toy-Biss-Figuren, die Firma, von der Henning vorher gesprochen hat, die haben eben ihre alten Figuren einfach recycelt, indem sie dann die Figuren einfach schwarz angemalt haben oder dem Joker-Design einen anderen Kopf aufgesetzt haben und schon auf eine goldene Pappe geklebt und schon hatte man Figuren zum Film. Aber die waren cool, ey. Die waren super cool, die waren super. Ich hab, Batman hab ich auch noch. Ich hab den doch. Ja, ich hatte den mit dem runden Kopf. Es hieß ja angeblich, es gäbe mehrere, also am kantigen Kopf. Ich hatte den mit dem runden Kopf. Das war jetzt nicht ganz so geil. Aber ja, natürlich hab ich mit denen gern gespielt. Genauso der Joker, der hatte so eine Spritzfunktion, der konnte aus der Blume rausspritzen. Bob the Goon hab ich nie gefunden, den hat's ja auch gegeben. Aber selbst als ich die Figuren gefunden hab, da waren die schon im Ausverkauf. Ich hatte ein Batman-LCD-Game. Also das war so unsere Art von Videospiel, wenn man so möchte. Ja, klar. Auf einem Bildschirm hat sich einfach nur eine Folie bewegt beziehungsweise wurde angeleuchtet und man hat verschiedene Level im Highscore dann versucht zu erreichen. Ich hatte ein Batman-Malbuch. Ich hatte die Ertel-Automodelle, die es gab. Joker-Van. Den Joker-Van, genau, den gab's. Das Batwing in groß und in klein und das Batmobil in drei verschiedenen Größen konnte man sich da kaufen. Ich hatte eine verspiegelte Sonnenbrille, die das Batman-Symbol vorne drauf hatte und an den Seitenmaß Neon-Gelb. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ein Batman-Kassettenkoffer hatte ich. Und wofür natürlich? Für die Batman-Hörspiele. Richtig, von Oha. Jawohl. Jo, mit Nick Benjamin als Batman. Der ist heute noch Batman. Batman, der sprach dann, irgendwann tauchte der wieder, irgendwann ist der wieder auf ProSieben plötzlich immer aufgetaucht, ne? Der war irgendwann mal bei ProSieben als Sprecher. Der hat irgendwelche Dokusachen und so gesprochen, wo ich dann dachte so, ey, das ist Batman. Also ich fand, der hatte schon eine markante Stimme damals für mich. Also für mich zumindest. Also das ist ja auch für viele dann so die Batman-Stimme gewesen. Er hat ja ein sehr intensives Intro gesprochen. Boah, ja, das Intro, ey. Boah. Das waren ja neun Kassetten, die es insgesamt gab. Ich glaube, den meisten lag auch so ein Batman-Logar als Aufkleber bei. Und die erste Geschichte war eigentlich die Filmgeschichte mit einem sehr überdrehten Joker, nur dass der Joker überlebt hatte. Damit er in den nächsten acht Folgen auch wieder der Hauptgegner war. Sagen wir mal so, die Qualität war eher so, ja. Was ich aber total spannend finde, dass die Comic-Geschichten genommen haben, ne? Und die vertont haben. Also das sind Sachen, die du dann auch in den Erhaber-Superbänden wiederfindest oder in den Taschenbüchern. Je nachdem. Das war total interessant, dass die dann so eine komprimierte Fassung der Comics da quasi vertont haben. Das fand ich total spannend. Und das ist mir auch aufgefallen, war eins meiner ersten Batman-Comics, die ich mir aktiv gekauft hatte. Das war eins dieser Mammut-Batman-Comics. Ich glaube, ich habe es in einem der letzten Ausgaben erzählt, in der Batman da so springt und auf ihn geschossen wird. Und darin befindet sich eine Geschichte vom Joker, in dem Vicky Vale entführt wird und es hat irgendwas mit dem Zug zu tun. Und die gleiche Geschichte gibt es da auch in diesen Kassetten, nur noch erweitert darum, dass Vicky Vale eine Pille schlucken musste, um eine dunkle Haut zu bekommen. Das ist in dem Verglückungspark, ne? Ist das das mit dem Zug, mit dem Verglückungspark? Richtig. Ja, genau. Und dann gibt es auch noch dieses Schüler des Verbrechens, das ist glaube ich das dritte. Das ist nämlich in den Comics, glaube ich, das ist die Entstehungsgeschichte von zweiten Robin, von Jason Todd. Von Jason Todd, wo er ihm die Autoreifen klaut. Genau, richtig. Und das ist nämlich dann als Hörspiel, ich weiß aber in dem Hörspiel gerade nicht mehr, ob da Robin auftaucht. Ich glaube nicht, oder? Den gab es im Hörspiel nämlich nie. Die haben dann die Grundgeschichte genommen, aber haben diese ganzen, diesen ganzen Handlungsstranken um Jason Todd haben die da rausgenommen. Aber in dem, in dem Hörspiel werden ihm doch auch die Reifen geklaut, ne? Ja, ja, genau. Richtig. Aber nicht von Jason Todd, das finde ich ja total interessant. Also die haben dann so eine Abwandlung der Comics, wie du es gerade beim Film auch gesagt hast. Da haben sie das Ende abgewandelt, ne? Beim ersten Hörspiel mit Joker überlebt. Und hier haben sie die Geschichte zwar genommen, aber haben einfach Robin rausgestrichen, obwohl die Geschichte eigentlich sich nur Robin dreht. Ich glaube schon, dass es Jason Todd war. Nächster Podcast, Hörspieler. Ach so, du meinst, im Hörspiel, im Hörspiel ist es Jason Todd? Ja, ich glaube schon. Aber der wird ja nicht Robin dann, oder? Er wird nicht Robin, aber ich glaube, es ist Jason. Er heißt, glaube ich, Jason, weil ich, im Nachhinein fand ich nämlich manche Sachen recht schlau, die sie gemacht haben, halt eben, dass sie Comic-Stories anscheinend verbraten haben, dass sie bestimmte, auch die Cover nach, nach Comic-Zeichnungen nachempfunden haben. Und eben dann auch innerhalb dessen das dann nochmal zitiert haben, auch storytechnisch. Also Easter Eggs, eigentlich sind das Easter Eggs, ne? So, das hat man damals noch nicht so genannt, aber eigentlich war es das. Ist nicht auch, du hattest doch vorhin von dem legendären Neil Adams. Da ist doch diese Pose, die ist doch auf einem der Hörspielcover auch drauf, oder? Richtig, Batman auf der Flucht. Ja, ja, genau. Da sieht man den Joker, wie er im Fernsehen sitzt, als Nachrichtensprecher, und im Hintergrund hat er eben dieses Batman-Bild von Neil Adams, wie er so nach vorne springt. Und ja, also gehört einfach mit dazu. Ich fand die Serie jetzt qualitativ, jetzt zum Beispiel wie mit der Hörspielreihe von Masters of the Universe, nicht gleichzusetzen, was den Produktionsaufwand anging. Aber hey, es war Batman auf dem Hörspiel, also als Hörspiel. Wie gesagt, wir haben dank diesem Film auf einmal alles bekommen, was es vorher nicht gab und was wir heute für selbstverständlich halten, merchandise-technisch. Alles waren so irgendwie die Vorläufer. Ich meine, die Toy-Biss-Figuren, das waren unsere Action-Figuren oder halt eben die, die es von Bully gab. Ob das jetzt irgendwelche Knet-Figuren oder irgendwelche PVC-Figuren waren, das waren unsere Merchandise-Artikel zu diesem Film, das waren unsere Batman-Action-Figuren. Apro-Action-Figur. War das von Bully? Es gab doch dann, es gab auch so eine Action-Figur von Batman, die hatte so ein, die war so Filz, oder? Also das war so Stoff, so eine Filz-Oberfläche. War das auch von Bully? Das müsste Bully gewesen sein, ja. Die war, du hast recht, die war so ein bisschen filzig und ich habe ja hier so eine Übersicht von all den Merchandise, was ich damals hatte zu der Zeit und bei den Ertel-Fahrzeugen, wenn du die Figur meinst, die da abgebildet ist mit so einem filzigen Ah ja, das ist die, genau, das ist die. Und ich glaube, die hatte so Klammerhände oder irgendwie sowas. Ja, ja, und da ist dieses, da ist das Symbol immer verrutscht. Das sieht man auf dem Foto da auch, das ist nämlich nicht gerade auf der Figur drauf. Siehst du, das ist so ein bisschen schief. Und der Saugnäpfe-Batman, den es ja dann auch noch gab, den man ins Auto sich reinhängen konnte oder sich ans Fenster hängen konnte. Den hatten wir auch. Ich durfte den nur nie dran machen, weil meine Eltern nicht wollten, dass der in der Scheibe diesen Fleck hinterlässt. Ja, das waren schon tolle Sachen. Ich meine, die gab es vorher schon in X-Varianten, ob es Roger Rabbit war oder Alpha oder sonst irgendwas, aber das dann auch noch als Batman zu haben, war großartig. Malbuch. Und irgendwann war ja dann auch Fasching. Und da habe ich dann mein erstes Batman-Kostüm bekommen. Das war dann natürlich schon in den 90ern, also im Februar 90 muss das dann gewesen sein. Und das war mein, das ist halt nicht das Batman-Kostüm, was die Kids in den USA bekommen haben, weil da gab es tatsächlich auch mit Brustpanzer und all diesen Geschichten. Ja. Es war einfach, es war so eine Kapuze mit so zwei schlapprigen Ohren an den Seiten, das Logo, was dann den Umhang verschlossen hat. Es hatte eine Dominomaske, die man sich auf die Augen aufgesetzt hat. Und dann eigentlich nur noch ein gelbes Stück Stoff, was dann den Gürtel zusammensetzte und der Rest war einfach schwarze Klamotte, die man dann schon im Kleiderschrank hatte. Apro schwarze Klamotte, das finde ich auch total interessant, wenn man sich mal überlegt, was Burton eigentlich designtechnisch auch gemacht hat. Ja. Wenn du sowas heute machen würdest, da würdest du auch einen Shitstorm sondergleichen ernten. Also Batman war doch nie schwarz. Also gab es vorher in irgendwelchen Comics, gab es das nicht. Der war nicht schwarz. Das ist eben die Sache, die hat mir halt eben damals gut gefallen. Batman schwarz darzustellen, war einfach auch mein Batman. Das war auf einmal der erste, ich möchte nicht sagen Heavy Metal Batman, aber es war der Batman der 80er Jahre. Und der sah Badass aus, das muss man doch mal ganz einfach sagen. Das Kostüm sieht auch heute noch geil aus. Also das sieht immer noch geil aus. Der ganze Film hat bei mir halt insoweit viel ausgelöst, dass eben gerade diese Sachen, sich für Filme zu interessieren, für das Medium zu interessieren, wie was entstanden ist, wie was gemacht wurde, das kam alles mit dem Film. Das, was bei anderen Leuten Star Wars war, also ich bin auch Star Wars Fan und ich habe es auch als Kind gesehen und ich habe es gefeiert, aber das, was bei vielen Leuten dann eben mal der Auslöser war, Regisseur zu werden oder sich für das Medium Film zu interessieren, eben Star Wars war, war bei mir eben Tim Burtons Batman. Inklusive der gesamten Kampagne drumherum. Denke ich mal, das ist so bei mir auch, bei mir war es halt Superman, ich liebe auch Star Wars und ich muss sagen, der Tim Burtons Batman-Film hat auf jeden Fall wieder dann bei mir dafür gesorgt, dass ich wieder angefangen habe, mich für die Comics zu interessieren. Sprich, ab da war dann Carlson das A und O in Deutschland und ich habe sie mir alle geholt, die Carlson veröffentlicht hatte. Das war lange Jahre, ja auch vor allen Dingen, weil sie halt einfach nur die genialen Elseworld-Stories erst mal veröffentlicht haben. Da kam mir schon kurz danach Batman Year One von Miller raus hier, was natürlich das nächste Highlight war und dann als drittes brachten sie schon Gotham bei Gaslight. Das war 1990. Eigentlich die erste offizielle Elseworld-Geschichte. Ja. Und sie haben ja auch den Killing Joke rausgebracht. Richtig. Alles schon so getimt, dass es pünktlich zum Kinostart eben draußen war. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit meinen Eltern in München und dann lag da eben das Comic zum Film aus. Da lag eben Killing Joke aus. Hat mich jetzt nicht so interessiert, weil ich war mehr am Film interessiert und an dem Film Deutschland da ist. Ob es jetzt das Poster war von Batmobile, ob es eine Sitztonne war, die man haben konnte. Kino. Es war einfach herrlich. Die Sitztonne. Hedga hat ja das Comic zum Film in diesem Album-Format rausgebracht mit so einem besonders dicken Papier. Man muss allerdings dazu sagen, die Hedga-Veröffentlichungen, die dann rausgekommen, also das Comic zum Film, was hatte ich denn da noch? Batman der Kult. Ja, geil. Sohn des Dämons. So geil diese Veröffentlichungen auch waren, dass es überhaupt nach Deutschland kam. Die Qualität der Leimung war daneben. Die sind alle auseinandergefallen. Ich weiß. Beim ersten Aufmachen knacks, 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 hast du die Seite in der Hand gehabt? Also es war eine Katastrophe und das haben die jahrelang eigentlich nicht in den Griff bekommen? Nee, das haben die auch nicht in den Griff bekommen. Das haben die teilweise bis zum Schluss nicht in den Griff bekommen. Ja, sehr. Ich habe heute noch meine Originalausgabe von der Kult. und die hole ich deswegen nicht mehr aus dem Regal, weil ich Angst habe, dass sie sonst auseinanderfällt. Weil also auch da in jedem Band die ersten drei, vier Seiten alle komplett los sind. Und ich weiß noch, da hat man nachher, Hittke hat mir so gelesen, indem er das Heft gar nicht ganz aufgeschlagen hat, sondern nur so halb schräg. Und dann hat man versucht, die hinteren Panels zu lesen, weil man Angst hatte, wenn man jetzt weiter aufmacht, reißt die nächste Seite raus. Aber es geht. Also ich habe hier extrem viele Hittke-Alben noch da. Also hier eine Bettner habe ich komplett, die andere, da fehlen mir drei Hefte. Und ich habe jetzt zuletzt, das ist ja noch gar nicht so lange her, habe ich mir die ganze Green Arrow, also grüner Pfeil, die 1 bis 9, die 9 Alben habe ich nochmal gelesen. Das geht. Also wenn du halt noch, wenn die Leimung noch nicht komplett hinüber ist, kannst du das, du kannst das schon noch lesen. Also mir fehlen diese, da fehlen zum Beispiel keine Seiten raus. Aber du darfst das natürlich niemals ganz aufschlagen komplett. Wenn du das links und rechts runterdrückst, dann ist es im Eimer, dann kommt dir die Mitte entgegen. Ja, das stimmt. Als 10-Jähriger halt schwierig. Ja, das auf jeden Fall. Im Zaum zu halten. Aber du warst doch nicht die Zielgruppe von Hittke. Das stimmt. Also auf keinen Fall. Also das war auf jeden Fall nicht die Zielgruppe auch. Nein, wahrscheinlich nicht die gewünschte. Aber die, trotzdem musste ich die Comics dann lochen. Ich musste sie lochen, um sie in einen Bettner-Ordner, den ich hatte. Weil die Dinger sind halt auseinandergefallen. Ich habe sie immer noch in Einzelblatt. In Einzelblattform habe ich die Comics immer noch hier. Es ist echt traurig. Und dann gerade der Kult. Du als kleiner Steppke, der Kult. Das ist ja nun so ... Ich fand's Cover geil. Ja, das ist auch geil. So hat man damals Comics gekauft. Ich fand's Cover geil. Da muss man mal eins nur sagen, das ist schade, dass Bernie Wrightson nicht so viel gemacht hat. Aber ich finde, das ist einer der geilsten Batman-Zeichen überhaupt. So wie der Batman dargestellt hat. Da ist er ja nun wirklich unheimlich, dieser Batman, den er gezeichnet hat. Ja, Drogen und sowas. Aber Hittke hatte generell, die haben extrem viel gute Sachen veröffentlicht. Das muss man schon sagen. Da kamen ja wirklich doch auch so ein paar modernere Klassiker sogar schon, die die noch gebracht haben. Die haben ja auch die ganze Neil Adams Sachen wieder aufgelegt. Das ist ja, die habe ich mir ja geholt. Und da ist mir ja zum ersten Mal bewusst geworden, weil ich dann auch die Ehepaar-Comics kannte, da ist mir erst mal aufgefallen, wie viel Ehepaar da überhaupt rausgekürzt hatte oder umgemodelt hat oder auch inhaltlich, komplett textlich andere Sachen draus gemacht hat, als eigentlich in der Story drin sind. Death in the Family und so Sachen, die kamen dann auch noch. Und ganz ehrlich, ich mag diese Alben heute immer noch. Also die sind echt hoch. Also wenn die nicht auseinanderfallen, was leider das Problem ist, sind die wirklich, ich finde die hochwertig einfach. Von der Haptik, so ich mag das echt. Die finde ich richtig geil. Also die Alben finde ich richtig stark. Muss man sagen, der Film hat auf jeden Fall die Comics in Deutschland wieder aufleben lassen. Absolut. Wobei man sagen muss, an diese Comics ranzukommen, war zumindest für mich recht schwer. Man musste mindestens ein Comic haben, um dann drauf zu kommen, wie ich sie bestellen kann. Weil innerhalb des Comics gab es dann eben die Möglichkeit, gab es erstmal Werbung für all die anderen Sachen, die sie rausgebracht haben. Junge Giganten und was weiß ich alles. Und dann musste man dann da eben eine Bestellung per Postkarte hinschicken, um dann eben das Comic nach Hause geliefert zu bekommen. Das Bahnhofskiosk und solche Sachen, die gab es halt eben auf dem Land nicht in dem Fall. Und deswegen hat es sich dann eben auch auf diese Ausgaben dann letztendlich beschränkt. Aber abgesehen davon, dass es natürlich meine Eltern finanziert haben. Weiß ich nicht, ob die das mir auch finanziert hätten, wenn sie gewusst hätten, um was es in der Kult geht. Ja. Wobei die teilweise auch zensiert waren. Also die haben ganz oft, ich weiß nicht, ob es bei den Batman-Comics auch so war. Bei Grüner Pfeil ist mir aufgefallen, dass extrem, dass eigentlich immer, wenn Blut kam, war es grün. Witzig war ja auch, dass wer damals eben von Carlsen Verlag die Rückkehr des Dunklen Ritters gekauft hatte, wie gesagt, in meinem Fall für 5D-Mark, der hatte dann natürlich auf den Brüsten von, wie hieß sie? Bruno? Ja, Bruno. Dann natürlich die Hakenkreuze drauf. Also die wurden nicht zu Fenstern gemalt, wie es damals der Fall war, wenn sich Dino an so Material dann eben rangemacht hat. Oder ich glaube, sogar heute noch Panini muss es umretuschieren, damit das Fenster sind, weil ja Hakenkreuze nicht in öffentlich-erhältlichen Medien eben abgebildet werden dürfen, wenn sie nicht einen direkten geschichtlichen Bezug haben. So ist das damals anscheinend übersehen worden. Also hatte da noch keine Rolle gespielt. Was ja ganz interessant war, war, dass Hedke es sich zumindest vorgenommen hat, Comics wieder rauszubringen, also regulär. Und sie hatten ja dann Batman in einem DIN-A4-Format als Comic-Reihe rausgebracht. Ich hatte da ein paar Ausgaben, da war ja mitunter auch die Story Die Zehn Nächte der Bestie mit drin, also mit KG-Biest. Ganz coole Story. Aber ich glaube, über mehr als zehn Geschichten oder neun, neun Geschichten, glaube ich, waren es sogar, kam die Reihe eigentlich nicht hinaus. Und ja, sonst waren es 22 Softcover-Alben, 32 Sonderbände, die sie bis 92 rausgebracht haben. Aber so auf den klassischen Comic-Markt, den konnte man nicht reaktivieren. Also den Heftchen-Markt, sage ich jetzt mal. Hedke hatte sich da auch übernommen. Die sind ja dann noch ausgestiegen wieder. Das ist leider dann auch passiert im Zuge dieses Hypes. Und was eigentlich ganz schlimm war, was das, glaube ich, auch torpediert hat, das war die Tatsache, dass DC mit zwei Verlagen verhandelt hat und zwei Verlagen Rechte gegeben hat. Das heißt, einmal mit Carlsen und einmal mit Hedke. Und die sich damit gegenseitig Konkurrenz gemacht haben. Und das war nicht gut. Und Carlsen hatte einfach den längeren Atem und das bessere Kapital in der Hinterhand, um das durchzustehen. Weil es tatsächlich eine Art Bieterkrieg gegeben hat für immer weitere Storys. Und Hedke musste tatsächlich aussteigen irgendwann. Und zwar, ich glaube, war der Neidvollsager. Haben wir jetzt ja eben schon mal unterhalten. Wo sie einfach nicht mehr mithalten konnten mit Carlsen vom finanziellen Unterbau. Und die haben da sehr viel Geld reingepumpt. Und dann kam auch noch der Ruf dazu. Hedke hatte trotz allem immer noch diesen Ruf, diesen Schmuddelheftruf. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die haben sich ja wirklich Mühe gemacht. Klar, wir haben das mit der Leimung gerade besprochen, aber die Alben waren ansonsten vom Druck her und so weiter toll aufgemacht, die Hedke gebracht hatte. Und trotzdem hatte Hedke so immer noch diesen Schmuddel-Comic-Image, während Carlsen als gerade auch mit dieser Edition Comic-Art, wo sie die Batman-Sachen veröffentlicht hatten, einfach das bessere Standbein. Und deswegen ist dann Hedke relativ zügig wieder verschwunden aus dieser ganzen Geschichte. Leider. Eigentlich erstaunlich, dass man tatsächlich Comics in Deutschland als eine Art von erst einmal in einem Prestige-Format verkaufen muss, damit es angenommen wird. Das ist, ansonsten ist es Schmuddelware, oder Schmuddelware, oder halt eben für Kinder gedacht in dem Fall. Sonst kommt man da nicht raus. Also ich meine, es hat sich aus jetziger Sicht inzwischen vollkommen verändert. Es hat sich aber auch eine ganze Generation verändert. Aber echt? Ist das so? Ich weiß ja nicht, ey. Also ich weiß nicht. Ich finde Comics so gerade, also Comics als Medium vielleicht, aber Superhelden-Comics, ich glaube, da wird es, also da wird es, glaube ich, echt immer noch eng so. Ich glaube, wenn wir einen gesellschaftlichen Blick auf die Geschichte nochmal werfen wollen, dann sollte man das vertagen, und zwar auf die nächste Ausgabe, weil ich glaube, da können so die meisten noch so aus der Erinnerung so nachvollziehen, was sich dann da auf dem Markt getan hat. Das heißt so, was jetzt dann noch mit den nächsten Batman-Filmen natürlich dann passiert ist, was der Dino-Verlag rausgeholt hat, bis halt eben heute, was der Panini-Verlag übernommen hat, und mit all dem Hype, was um The Dark Knight passiert ist, bis dem gesamten Superhelden-Hype, der bis heute ja noch anhält, und für Rekordergebnisse in Kino sorgt und die Massen begeistert und natürlich für Merchandising ohne Ende sorgt. Aber ich glaube, wir haben schon mal ein riesiges Kapitel, jetzt von den 40ern bis eben Ende der 80er Jahre, für uns abgehandelt. Das war so der Zeitraum, in dem sich unsere Spitze abgespielt hat, was das Batman-Fandom angeht, so dass wir uns dann in der nächsten Ausgabe dann eben den nächsten Jahrzehnten dann eben widmen können. Ich danke dem Gerd, ich danke dem Henning, um eure Geschichten mit mir und mit den Hörern dann eben auszutauschen. Ich fand, das war eine wahnsinnig schöne Reise in Erinnerungen, die man hier und da schon gar nicht mehr hatte oder die man jetzt wieder aufflischen konnte. Hat richtig Spaß gemacht, ich hoffe den Hörern genauso, ich hoffe euch auch. Hat es auch so gefallen, wie es mir gefallen hat und freue mich dann eben schon auf Ausgabe 2 Batman in Deutschland. Vielen Dank, schönen Abend. Tschüss. 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 Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmanews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.